Ja, schönen guten Abend bei mir hier und bei euch Mittag. Und bei euch sind 40 Grad teilweise, sehe ich gerade beim Raketenmann. Und da bedankt sich jemand für die vielen Videos. Ja, mache ich auch gerne Leute, wisst ihr da? Und irgendwie ist das ziemlich düster hier. Vielleicht so ein bisschen besser. Ich habe die Kamera mal umgestellt hier. Andy ist auch mit dabei, freut mich. Ja, also hier gibt es nicht viel Neues. Alles durch Wachsen, seitdem ich zurück bin. Regen und Sonne wechselt sich ab. Letzten beiden Tage gehen 17 Uhr jedes Mal Regen. Maske passt nicht. Ja, die Maskenbildnerin, die war heute nicht gut gelaunt und nicht sehr nett zu mir. Passau. Ja, oder müsste die Guteste mal wechseln da. Ja, wie gesagt, Wetter soll ich wachsen hier in Thailand. Bei euch topische Hitze, aber wahrscheinlich troffener als hier. Hier haben wir so eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. So um die 80 Prozent. Grüße aus Monschau. Ja, Monschau. Ich hatte dich mal gefragt, ob die Senfmühle da noch existiert. Da habe ich mir früher mal meinen Kräutersenf geholt. War sehr lecker dazu, muss ich sagen. Grüß dich, Hajo. Grüße aus Udon. Du treibst dich in Udon rum. Ja, müsste ich auch noch mal hin. Bin ich längere Zeit auch nicht mehr gewesen in Udon. Ja, und bei mir steht momentan eigentlich nichts an. Ich habe noch ein Video von Lajos zu bearbeiten da mit seinen ziemlich lang geratenen Schnipfeln und kommt irgendwann im Laufe der Woche raus dann. Grüß dich Koch und Judel. Grüße Stefan. Grüße aus Deutschland. Ja, ihr treibt doch schon mal rum. Im Einsatz zu mir. Ich bin mir doch jetzt schon auch schon mal zwei Wochen zu Hause, glaube ich. Lutz und Corolla. Grüßt euch. Mir geht das eigentlich recht gut, muss ich sagen. Passt und ich habe mich auch wieder von der Tour erholt. Ich muss sagen, es war ziemlich anstrengend mit den Regenfahrten da. Jeden Tag Regen. Das kam dann Nischer Juden und hatte auch mal so ein bisschen Frust zwischendurch gegeben. Aber naja. Grüße ich Marianne. Grüße zurück und auch an Jogi. Hast du zugenommen, wenn ich fragen darf? Ja, ich war jetzt längere Zeit nicht mehr auf der Waage, aber ich habe sonst 62,5 gebogen und als ich mich zuletzt gebogen habe, 65 Kilo, also drei Kilo mehr. Keine Ahnung warum. Eigentlich esse ich nicht mehr und ernähre mich eigentlich wie früher auch. Ich sehe gut aus. Ja, ich war heute, euch zu ehren, war ich heute beim Friseur. Ja. Musste mal wieder sein, dass die Zocke konnte ich nicht mehr ertragen. Grüße, Schari. Was steht in den nächsten Wochen bei dir an? Also, am 24. muss ich erstmal diesen Monat, muss ich erstmal meine neuen Schlagemeldung machen. Den Rest habe ich soweit erledigt. Und dann geht es im Oktober nach Phuket. Am 9. Oktober kommt eine Abonnentin von mir, mit ihrem Sohn. Und da treffe ich mich mit der in Phuket, auf Phuket. Und, äh, ja. Finden sie echt gut, über welcher Körper, körperläufig. Ich dürfte jetzt noch so 1,80 haben. Ich war mal 1,83, aber bekanntlich schrumpft man im Alter ja etwas. Uwe ist in Huahin. Sind wir uns da schon mal über den Weg gelaufen, Uwe? Könnte ja gut möglich sein. Young Wasabi, guter Hörbi, schön dich wieder live vor der Linse zu sehen. Ja, also, Livestreams vielleicht einmal die Woche oder wenn es sich sonst irgendwie ergeben sollte. Aber, äh, ich bin nicht so der, äh, Streamer, um das mal so zu sagen. Grüß dich, Marco. Die 90-Tage-Meldung, eigentlich wird da nur deine Meldeadresse nochmal bestätigt. Also, äh, die, die, die Provinz, äh, die Straße und eigentlich hat das meiner Meinung nach wenig Sinn. Also, warum macht es Sinn, wenn man sich melden müsste, wenn man umzieht. Aber so, eigentlich wird die bestehende Adresse nur nochmal, äh, gemeldet. Äh, Phuket, welchen Beach? Also, die beiden, die haben sich im Patong Beach, äh, einquartiert. Aber, äh, ich werde mal Phuket auch mal ein bisschen, äh, von der anderen Seite ansehen. Kamala Beach und so weiter. Grüß dich, Lajosch. Ich hoffe, ihr seid auch gut drauf. Schönen Sonntag, euch allen von Nils aus dem Dreieck Bremen, Hannover, Hamburg. Hat gerade angefangen zu regnen. Ja, ich hab hier die Vorhänge zugezogen. Seht das nicht so. Aber ist normalerweise die Uhrzeit zwischen 5 und 6 fängt an zu regnen hier. Wie viele Kilometer hast du denn nun schon eigentlich mit deiner neuen Maschine weggemacht? Äh, 25 Kilometer bis jetzt ist eigentlich für meine Verhältnisse sehr wenig. Aber während der Covid-Zeit, ja, war ich ja wenig unterwegs. Normalerweise hätte ich mindestens 40 km, 45 Kilometer drauf. Die, schau doch mal, welche Rolle die neuen Schlagemeldung. Also die neuen Schlagemeldung, die hat überhaupt keine Bedeutung für mich. Die Hotels melden mich an oder lassen das auch sein. Also da gucke ich ja gar nicht so genau hin. Und, äh, einzeln wenn mit dem Visum. Aber das brauch ich ja nur jedes Jahr zu machen. Und dann muss ich zu Hause sein, weil ich das nur in Hua hin machen kann. Ich dachte, schönen guten Tag. Wie läuft der Hausbau? Da müsst ihr alle ja sparen. Wie viel PS hat deine Honda eigentlich? 48 PS bei 500 Kubik. Meine, meine Meinung zum Ruhrgebiet. Äh, ich bin ja gar nicht informiert, Leute. Also ich bin über Deutschland so am Rande, weil ich von Leuten höre, die sich dann informieren oder die, äh, aus Deutschland zurückkommen oder Urlauber. Da, äh, bekomme ich ein paar Infos. Ich gucke ja schon jahrelang kein Fernsehen mehr. 1,82 auf Augenhöhe. Ja, wenn du auch 1,82 bist, dann, äh, wird das schon stimmen. Viele Grüße aus Scheinart. Grüße später. Du, gratis, Sorg, hast du jetzt erstmal hinter mir. Ja, ich denke schon, äh, ich warte noch immer auf meine Debitkarte. Komm nicht auf mein, an mein Geld ran, weil ich da auf dem Konto hier parkt darf, momentan, und, äh, da warte ich nach wie vor drauf. Also die lassen sich wirklich Zeit, obwohl ich da schon ein paar Mal reklamierend angemahnt habe. Grüße ich, Ludwig. Äh, gestern war kein Stream Ludwig. Ich hatte deine Nachricht gesehen, hatte die auch gestern beantwortet, dass der Stream heute stattfindet. Aber, ähm, im Vorfeld wird der, äh, Chat immer gelöscht. Bremerhaven. Oh, keine nette Ecke. Was ist mit einer Reise durch Bhattani, Yala, etc.? Nicht ungefährlich, ja, aber bestimmt interessant. Äh, ja, die Yala habe ich ja schon länger auf dem Zettel. Also Bhattani weiß ich nicht. Aber Yala hat sich auf dem Zettel. Nur manchmal ist die Provinz auch gespacht, ne. Da kommt man da überhaupt nicht rein. Da haben sie, äh, Straßensparen errichtet. Und man kommt überhaupt nicht in die Provinz rein. Jedenfalls als Ausländer. Aber machen würde ich das. Also ich bin ja nicht unbedingt ängstlich. Und, äh, mal gucken, was sich da in Yala tut. Habe ich auch auf dem Zettel stehen. Georg geht wieder mit dem Hund. Hoffentlich im Trocknen, Georg. In Chiang-Maisau auch ordentlich was runtergekommen, als ich da war. Grüße zurück in die Pfalz. Und wir kommen am 26.09. nach Ruhr hin. Und können uns dann bei Steffen treffen. Können wir sagen, dann machen, Uschi. Letzte Woche war ich auch in Sentara. Und traf mich mit Abonnenten da. Da kann man jetzt auch wieder problemlos rein. Äh, ich weiß nicht, Stefan, woran das hängt. Also die, die schreiben jedes Mal, äh, so eine automatisierte Nachricht. Sie hätten momentan viele Anfragen. Und könnte etwas dauern, bevor die da reagieren. Also, lohnt es ja nicht mehr, die anzuschreiben. Entweder sie kommt oder sie kommt nicht. Ja, danke, Georg. Und viel Spaß beim Gassigehen mit dem Hund. Nein, du hast gestern absolut nichts verpasst, lustig. Ich habe keine Krankenversicherung in Thailand. Und, äh, mich würde auch keine Krankenversicherung nehmen. Jedenfalls keine seriöse bei meinen Vorerkrankungen. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Also ich muss alles auf einer Tasche bezahlen. Vielleicht wirst du nach einer Reise durch den Süden auf Moslem. Naja, das glaube ich zwar nicht. Weil, äh, ich habe es nicht so mit den Glaubensgemeinschaften. Aber ich mag dieses muslimische Essen. Also die Moslems, die machen ein etwas anderes Essen. Und, äh, ich mag das. Es ist manchmal sehr scharf. Grüße aus der Stade bei Hamburg. Ja, sag mal, Arbert. Hast du noch Kontakt zu Richard? Ja, Richard habe ich letzte Woche nochmal angeschrieben. Äh, der wackelt noch weiter auf seiner Farm rum. Und eventuell, je nachdem, wie das Wetter mitspielt, möchte ich auch nächste Woche mal zwei, drei Tage nach Pratschow abfahren. Grüße nach Ubon bei Oschgewitter. Momentan trocken, aber stark bewölkt. Und ich denke, da kommt heute auch noch was runter. So, auch hier zu unregelmäßigen Zeiten. Also morgens manchmal, nachmittags hin, fünf Uhr in letzter Zeit. Und, äh, auch nachts. Andi, ich halte aber, danke für deine Streben, deine Mühe und die Arbeit, die du hier... Ja, Andi, ich mach das ja auch gerne. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, so mit den Touren. Aber ich mach das ja gerne. Und, ähm, das ist eine Selbstverständlichkeit. Keine Ahnung, wie ich halt demnächst mal... Also ich muss ein bisschen, ein bisschen anders agieren. Und die Videos bei der letzten Tour, die waren ja auch relativ kurz. Nicht, weil ich keine Lust hatte oder schlechte Laune hatte. Äh, wie das in manchen Kommentaren anklang. Ich konnte ja absolut nichts aufnehmen. Es ist halt nichts, wenn ich mich mit der Kamera in den Regen stelle oder in den Nebel. Und man sieht da absolut nichts. Also da hat keiner was von. Wir machen halt keinen Spaß dann. Und ihr könnt nichts erkennen. Ich will nicht immer von der Roten anfangen. Siehst du die? Also die, die Rote, die Rote ist mittlerweile nicht mehr beim Dieter. Die ist nach Partaya gegangen. Die hat da, ja, irgendwie einen Sponsor gefunden. Die Rote, die Rote, die ist also nicht mehr verfügbar. Die ist nach Partaya zu meinem Leidwesen. War ja eine Augenweide, ne. Da kann man ja nun nichts sagen. Aber die hat da wohl einen sehr, ja, potenten, finanziell potenten Sponsor gefunden. Ja, und die O-Beine, mit der habe ich momentan ziemliche Differenzen. Also die O-Beine hier, die, die O-Beine, die kann ich mal auf Deutsch gesagt. Ja, die hat da auch ihre Intrigen gesponnen. Und sowas muss ich nicht haben. Übrigens noch, jemand guter Bekannter, ein früherer guter Bekannter, der spinnt da auch seine Intrigen gegen mich. Und falls du zuguckst, du wirst schon wissen, dass du gemeint bist. Nimm dich in Acht, wenn du in Ruahin zurück bist. Du hast eh keine Freunde hier. Und ich werde das Leben noch schwerer machen, mein Sohn. Da kannst du dich drauf verlassen. Aber in der Öffentlichkeit. Also ich mache sowas nicht hinterm Rücken wie du, ne. Und, ja. Also wenn du zuguckst, ne, weißt du Bescheid. Wie steht es mit Auswanderern? Hattest du ja mal Pläne. Die sind momentan vom Tisch. Also ich werde euch zumindest für das nächste Jahr hier in Thailand erhalten bleiben. Und, ja. A und Ruahin. Welches Essen vermisst du in Thailand? Eigentlich nichts. Weil wenn ich mal Lust auf europäisches Essen habe, dann bekomme ich das hier auch. Aber meistens esse ich ja nach wie vor thailändisch. Warum trifft man in Thailand kaum spanischsprachige Touristen? Keine Ahnung. Also ich habe bisher einen spanischsprachigen getroffen. Das war ein Kubaner, der in Miami als Zahnarzt arbeitete. Und komischerweise war das noch in der tiefsten Provinz. Da wohnte ich noch in Nang Rang. Weil das ist der einzige spanischsprachige, den ich da jemals getroffen habe. Mit dem habe ich mich dann ein bisschen unterhalten. Da kann man mein Spanisch für ein bisschen zur Weltung werden. Willst du dir aus Sicherheitsgründen nicht einmal besser ein Auto zulegen? Ja, irgendwann wird das kommen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch beim Motorradfahren. Da fällt man dann doch immer schwerer. Und ich übertreibe das natürlich auch mit den 400 oder 500 Kilometern, die ich da pro Tag runterspiele. Aber dann gehen die Geilen mit mir durch. Da sitze ich auf dem Hobel drauf. Und ja, dann will ich das dann halt eben durchziehen. Hallo, hör, wie alte Hütte. Wie geht's? Mir geht's gut, Klaus. Mir geht's gut. So weit. Deine Wasserpumpe am Haus machte ja Probleme und schrieb dir mal Wasser einfüllen. Ich weiß nicht, was der Mechaniker da gemacht hat. Der war irgendwann mit dem Zulauf zu der Wasserpumpe. Die zog falsche Luft mit an oder wie auch immer. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das Ding jetzt schon seit geraumer Zeit. Dann hatte ich ja mal den Wasserrohrbruch hier, als ich ein Bäumchen ausgraben wollte. Und ja, passierte halt. Hoffentlich ist sie weit weg von der Sao Lenki. Ich weiß nicht, wo die genau hin ist. Passau, die hatte ja in Huahen, auch einen verlangenden Engländer. Der ist nach Batalla gegangen und dem ist sie hinterher gelaufen. Die Rote hat immer was für dich überwürdig, wenn du mich fragst. Ja, sicher, aber Geld regiert die Welt. Ludwig, Geld regiert die Welt. Und bei mir ist sie viel zu holen. Und dann ist er halt nach Batalla. Und naja, lassen wir uns mal überraschen, wie lange das da aushält. Kannst du dann ja bald bei Lajos im Gästehaus wohnen. Er wird sicherlich noch einen Gartner brauchen. Einen Gartner hat der Lajos und ich wäre als Gartner ziemlich ungeeignet. Wie ist das? Ich bin nicht mehr mit Kau zusammen. Und das seit einiger Zeit. Ich bin aber immer über alles informiert, was die Kau macht. Dafür kenne ich zu viele Leute. Also ich weiß, wo die sich rumtreiben und was sie so alles anstellt. Also ja. Kommt man auch in Thailand gut durch, wenn man keinen Teil hat? Naja, ist schon etwas schwieriger. Also Details nach wie vor. Ihr Englisch ist nicht besonders gut. Und je nachdem, wenn man in ländlichen Gebieten ist, dann wird das schon etwas schwerer. Also ich bin froh, dass ich ziemlich viel verstehe und mich auf jeden Fall mit denen auseinandersetzen kann. Na, jetzt muss man wieder arbeiten. Mitleid kommt man für umsonst. Lass ich einfach. Nein, also ich lasse mich da von keinem in irgendeiner Form beeinflussen. Habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Auch wenn da manchmal komische Kommentare kommen oder sowas. Ich lasse es stehen, wenn die bis auf Sachen, die wirklich unter der Gürtellinie gehen, die sind weg bei mir. Und letztens habe ich da ja noch einen geblockt, weil da wurde mir dann doch irgendwie zu viel. Vor allen Dingen, die kommen immer nachts mit ihren Kommentaren, weil die wissen, ich schlafe. Und dann sind die dann, was weiß ich, Stunden online und können gelesen werden. Das finde ich dann auch nicht so toll. Das ist eben das, was ich sage. Weil die sind dann auch noch heimtückisch dabei. Wenn ich Probleme mit jemandem habe, dann mache ich an in der Öffentlichkeit. Oder Mann zu Mann oder Frau Mann. Die diskutiert das aus, versucht es jedenfalls. Aber verbreite nicht hintenrum Gerüchte und mache andere Leute schlecht. Und das hier hört sich einfach nicht. Und da kann ich sehr böse werden, davon abgesehen. Davon abgesehen, da kann ich sehr böse werden. Super Videos auf deiner Motorradtour. Naja, die hätten schon besser sein können, wenn das Wettermeer mitgespielt hätte. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Waren teilweise kurz sieben, acht Minuten lang beim Peter in Prä. Da hatten wir ja Glück. Bis auf wenige Ausnahmen, wo er da auch in dem Café in Berlin, wo er das auch so geschüttet hatte. Aber die Videoreihe, die ist ganz nett geworden. Und es sind auch sehr nette Leute, Peter und seine Frau. Ludwig, bist du mir nur noch sicher? Ich bin immer alles sicher. Also ich kenne einfach so viele Leute. Ich kenne auch Thais. Ich rufe da heutzutage noch, obwohl ich da schon so lange weg bin, ich rufe da in Nang Rung an. Und da habe ich meine Thai-Gang. Die würden direkt auf der Matte stehen, wenn ich Probleme jeglicher Art hätte. Also da ist überhaupt kein Problem für mich. Also Angst habe ich nicht. Und in Hua Wien bin ich auf jeden Fall sicher kein Thema. Der Typ aus der Solenki wird immer schlimmer. Nicht nur Alki, nur noch Kiffer. Ja, habe ich auch so am Rande mitbekommen. Der zieht sich mittlerweile da alles rein. Wer weiß, wie lange sein Körper das noch mitmacht. Wann siehst du Lajos wieder? Lajos wiedersehen. Mal sehen. Momentan habe ich ein paar andere Pläne. Ich möchte da, wie gesagt, noch Patschwab-Kirikan, wenn der da mitspielt. Was wollte ich dann da noch machen? Ah ja, beim Richard wollte ich vorbei. Beim Richard wollte ich noch mal vorbei. Da war ich auch bestimmt über ein Jahr nicht mehr. Wer ist die Rote? Die Rote, die Rote, da war eine Kellnerin beim Dieter, beim Thai-German-Restaurant. Oder im Thai-German-Restaurant. Ja, eine Hübsche, muss man sagen. Und die hatte vorher wieder bei mir an der Straße gearbeitet. Und die ist dann da rüber gewechselt. Dann war sie mal kurze Zeit in, ja, irgendwo Misan. Und dann ist sie wieder zurückgekommen. Und jetzt ist sie dann wieder mal, oder ist sie in der Partei ja hinter ihrem Verlangen her. Grüß dich, Jürgen. Hör mich und mein Bauhahn da. Gibt es die Fähre von Hua Hin in der Partei? Und was hältst du von der Yamaha? Ja, die Fähre von der Partei gibt es schon lange nicht mehr. Da haben sie auch das Kartenverkaufshäuschen abgerissen, schon vor langer, langer Zeit. An langer Zeit, dreifächig Jahre, nehme ich mal an. Und die 155 Yamaha, ich finde sie nicht schlecht. Ich habe sie selber nicht gefahren, aber so rein optisch finde ich sie okay. Genau, hat Passau schon darauf reagiert. Die Fähre ist pleite, kommt nicht mehr. Wetter wird bald besser, wollen wir mal hoffen. Ja, also die hatten gesagt, bis Mitte August, aber ich sehe noch keine Wetterbesserung am Firmament. Community ist eigentlich Thailand erlaubt. Warst du bei Amerikaner mit Rudi, der eine ganz coole Regieber hat. Ganja ist in Thailand erlaubt, also ist legalisiert worden. Kein Problem mehr. Kein Problem mehr. Wer da auch hier im Market will liegt, zum Beispiel in der Shopping Mall, wird da ganz öffentlich verkauft. Und es sind auch einige kleine Shops entstanden. Und auch so Getränkeläden, die da ich und Tee anbieten und so. Kennt das halbe Land. Wer den Hörbü um die Ecke bringen will, wird nicht mehr kommen, das ist sicher. Ja, oder wer mich um die Ecke bringt, der hat da nachgelitten. So einfach ist das schon. Ja, ja, stimmt, ist das schon ein bisschen was Wahres. Dann habe ich gehört, das Cannabis legalisiert. Genau, Ludwig, also man kann hier Cannabis kaufen und man kann Tee kaufen, Getränke kaufen. Inwieweit das was bringt, weiß ich nicht. Die Getränke, die sollen auch, zum Beispiel hier dieser Ganja-Tee, der soll beruhigend wirken und als Einschlafhilfe. Also man soll da wenig besser schlafen können. Sollte ich vielleicht auch mal probieren, da könnte ich mal eine Nacht durchschlafen. Ich schlafe ja in letzter Zeit höchstens drei, vier Stunden. Ja, genau, also der George, ich weiß nicht, ob er es selber anbaut, auf jeden Fall bereitet er es als frittierte Blätter zu und hat da auch diesen Ganja-Tee. Koi, ja, die Koi, die ist nicht mal hier, sagen wir mal so. Ich weiß, wo sie ist, aber sie ist nicht mal hier, sie ist aber auch nicht im Korat. Ich weiß, wo Hikai momentan steckt. Nein, aber wir sind dagegen. Hallo, Herr, aber dieses Tier in Thailand manchmal auch zu warm. Ja, je älter ich werde, desto schlechter komme ich mit der Hitze, mit der Warme zurecht. Muss ich zugeben, und bis eben hatte ich die Aircon an. Die mache ich dann mal aus, wenn ich streame, weil sonst würde ich auch kein Wort verstehen. Lario, ich melde dich auch noch mal zu Wort. Ganz so gefragt, seit wann hast du deine beiden Ohrlöcher? Die, da kann ich mich nicht mal genau erinnern, aber das hat eine etwas tiefere Bedeutung, über die ich jetzt, sagen wir mal so, die Ohrlöcher, die habe ich ja schon lange, lange Zeit. Also, früher habe ich auch drei, vier Ohrringe getragen, so mit, ja, mit so einem Morgenstern dran und so weiter. Und die Ohrringe habe ich mir eigentlich nur geholt, um jemanden zu aarern. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist, aber ich wollte jemanden ein bisschen aarern, und deswegen habe ich die Ohrringe, und jetzt, da ist er einmal ab, bleiben sie dran. Von Bernd habe ich nichts mehr gehört, nein, Bernd, nichts mehr gehört. Der baut weiter Fleisch an seiner Farm und hat zusätzlich noch ein Konto und ein paar Taier gemietet. Meine nächste Tour wird auf jeden Fall im Süden gehen. Würde ich höchstwahrscheinlich mit Puket verbinden. Möchte dann auf der einen Seite nach bis zur malaysischen Grenze hoch, Yala mitnehmen. Patani weiß ich nicht, aber Yala auf jeden Fall. Dann vielleicht eine Woche Puket oder so. Und am Rückweg dann auf der anderen Seite wieder zurück. Und ich möchte vielleicht mal, eigentlich ist das überhaupt nicht mein Fall. Ich wollte eigentlich nie nach Samui, hat mich nie gereizt, die Insel. Aber vielleicht sollte ich mir das dann auf der Fahrt mal antun. Und mal gucken, was da los ist. Paolo, ich habe, ich weiß nicht, ich fühle mich auf Inseln nicht sonderlich wohl, muss ich sagen. Kolanta hat mir gut gefallen. Ich weiß auch, da ich mich auf Kosamui höchstwahrscheinlich nicht sehr wohl fühlen werde, ist mir einfach zu touristisch. Und dieser ganze Nepp, der da ist, muss ich nicht unbedingt haben. Kolanta war angenehm. Du hast ja bestimmt früher hin und wieder mal etwas Grünes hier raus. Nee, habe ich nicht. Also nicht, weil ich da was gegen habe, aber ich, nee. Hast du mal was von Sabadi gehört? Nee, in letzter Zeit ist der Kontakt seit der Tour. Es hat auch was eingeschlafen mit dem Uli und habe ich nichts drüber gehört. Wann siehst du wieder Tobi und Roland? Ja, die beiden sind lustig, waren lustig. Die sind auch wieder ein hoher Hin. Muss ich auch nochmal anschreiben, die beiden. Aber naja, bin momentan noch ein bisschen faul geworden. Das ist Schweinchen schlau und jetzt hänge ich ein bisschen. Wo steht dein Haus? Woher hin? Ich wohne in der Saal 6. Ich wohne in der Saal 6. Ziemlich ruhig. Das Viertel da oben und was im Korat vor sich geht, da hast du ein Auge drauf. Momentan geht im Korat überhaupt nichts vor sich, weil sie ist nicht im Korat. Sie ist nicht im Korat, aber ich weiß, wo sie steckt. Ich weiß, wo sie steckt, wo sie sich momentan rumtreibt. Wie weit ist es nach Puket? Oh, da bin ich momentan überfragt. Ich weiß nicht. Ich glaube, 6, 700 Kilometer ist ja nicht so weit von hier aus. Ich meine so 6, 700 Kilometer. Jeder hat da einen Räumen. Ja, die Hörmuschel. Das stimmt schon, Peter. Grüße nach Berlin. Du musst am Sonntag arbeiten, Thomas, oder wackelst du privat vor dich hin? Montiere doch einfach mal wieder bei dir am Motorrad eine Kamera die Aufnahmen während der Fahrt. Das haben mir sehr gut gefallen. Ja, da scheiden sich die Geister ja auch. Die einen sagen, sie finden die Aufnahmen klasse. Die anderen sagen, sie finden das nicht so toll. Wenn ich vom Motorrad aus aufnehme, dann sind das ja immer nur relativ kurze Passagen. Also ich mache ja keine komplette Videos mit Motorradfahrten. Und dann sind meistens so die Kurven drin. Oder wenn ich auf eine Wage oder interessante Gegenzug fahre, dann denke ich mal, dann ist das interessant. Aber nur ein Motorradvideo, die sind eigentlich bei mir oder vielmehr meine Videos sind bei euch nicht so gut angekommen. Heute nicht schon, aber ich montiere doch mal. Ja, da sagen wir mal, danke für die Infos. Das hört sich schlägt an und freue mich auf mein Thailand für den Winter. Zum Christian. Der Christian, der war, glaube ich, jetzt zwei Monate in Deutschland. Müsste jetzt letzten Montag zurückgekommen sein, denke ich mal. Bin mir da nicht sicher. Oder kommt nächste Woche Montag. Werden gar nicht dieses Jahr nach Thailand. Aber die Flüge sind echt teuer. Ja, ziemlich teuer geworden. Das Ganze soll sich verdoppelt haben. Ich würde jetzt mal wieder einen Stream nach dem Aufstehen geben mit Kaffee und Kippchen. Na gut, das habe ich ja nun bei Twitch gemacht. Und also, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Bei Twitch hat man dann eine Zeit lang Spaß gemacht. Aber da jetzt wieder mit anfangen. Und dann werde ich dann immer gedrängt, dann morgens wieder zu erscheinen. Und mag ja sein, dass das abends mal Spaß macht. So morgens einen Stream machen bei Kaffee und Zigaretten und so. Aber täglich da, da habe ich schon auch keine Lust zu. Was ich mal machen werde, wird auch mit dem Handy unterwegs sein, auf dem Gimbal und da ein bisschen durch, weiß ich nicht was. Vielleicht durch Bratschuhe ablaufen oder hier durch Schuhe hinlaufen. Aber dann am Nachmittag. Wenn du aus dem Straßenlauhen berichtest, bitte bring dir zum besseren Verständnis ein Mikro direkt am Kragen an. Habe ich früher gehabt, Sven. Habe ich früher gehabt. Das bringt nichts. Also ehrlich, die Mikros, die fangen auch die ganzen Nebengeräusche, die Hintergrundgeräusche auf. Also das bringt unheimlich wenig, wenn ich mir da ein Mikro an den Kragen mache. Selbst so ein Funkmikro von Rode würde da nicht viel bringen. Wer hat doch vorgekommen, dann muss ich auf dem Festland. Ja klar, so Aptani oder so habe ich sowieso am Zettel stehen dann. Und dann Kamm oder Kanon. Und ja, Kanon kann man sich ansehen. Vielleicht kriegt man einen rosa Delfin vor die Linse. Und man muss nicht unbedingt auf eine Insel. Also leben wollte ich auf einer Insel sowieso nicht. Kuhahin ist aber auch ganz schön touristisch. Naja, wie man jetzt sieht, also momentan eh nicht. Also ist nicht sehr, sehr, nicht sehr viel los mit Touristen. Also ist relativ ruhig, außer am Wochenende. Und jetzt war ja auch wieder ein langes Wochenende. Die hatten Muttertag. Und dann sind natürlich die ganzen Teile aus Bangkok hier oder wo, wo die auch sonst herkommen. Aber es geht eigentlich mit Touristen. Das fällt hier nicht so auf wie, meine ich wen, auf Phuket oder so. Irgendwie verläuft sich das hier mehr. Wie wäre es mit einem Trip nach Malaysia, wenn du schon in den Süden fährst, die Küste entlang. Dort ist es ja auch sehr schön. Malaysia habe ich schon sehr lange auf dem Zettel stehen. Ich hatte auch mal ein Re-Entry, um nach Malaysia rüber zu fahren. Und hatte für das Motorrad auch die Papiere fertig. Dann kam ein Covid dazwischen. Und nach Malaysia könnte ich problemlos rein. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob ich auch, wenn ich denn in Malaysia bin, auch wieder nach Thailand reinkomme. Wer weiß, was die alles ändern, wenn ich in Malaysia bin. Und dann hänge ich in Malaysia fest. Und da habe ich momentan keine Lust drauf. Ich warte erst mal, bis die ganze Sache ein bisschen sicher geworden ist mit der Rückreise. Ich könnte auch nach Vietnam fliehen. Das wäre kein Thema. Da möchte ich nämlich auch mal hin oder nach Laos rüber. Aber mit dem Zurückkommen. Ich bin da skeptisch, wenn die was ändern. Und machen wieder irgendwie Quarantäne oder was weiß ich. Was denen Lust, die es einfällt, dann hänge ich da in dem entsprechenden Land fest. Und ja, mache ich da einen Monat, zwei, drei oder wie auch immer. Meinen Motorradführerschein habe ich damals in Deutschland gemacht. Und habe den ja jetzt, vorige Woche habe ich den hier in Scharm, habe ich den verlängern lassen für weitere sechs Jahre. Also bis 28 habe ich erst mal Ruhe. Motorradaufnahmen sind geil, finde ich. Na gut, ich werde noch mal was machen. Vielleicht, wenn ich da nach Bratschwab fahre, dann werde ich da mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Und auch vielleicht mal ein paar andere Sachen einblende da. Abwesend LP, was ist eigentlich mit Karolimus aus Hessen? Ja, einige scheinen es wirklich noch nicht zu wissen, obwohl ich das nun sehr oft immer auch in den Kommentaren beantwortet habe. Also die Karolimus haben sich getrennt. Die ist auf einem anderen Trip momentan. Ich habe keine Ahnung, was die Frau für Vorstellungen hat. Und ich möchte mich da auch zu diesen ganz privaten Sachen nicht mehr so äußern, wie ich das früher mal gemacht habe. Da wird schnell falsch aufgefasst. Und das möchte ich dann doch vermeiden. In Karolag vorbei, mir hat es da sehr gut gefallen. In Karolag bin ich auch damals blöderweise nur durchgefahren. Also habe da überhaupt nicht mal irgendwie übernachtet. War nur ganz kurz auf dem Strand, wenn ich mich richtig erinnere. Und da müsste man sich wirklich mal ein bisschen besser ansehen. Dass so einen Zuschauer mitnimmt, so ein Tagebuch, so einen Spritz macht, dann Erfolg aus, denke ich. Keine Ahnung, was man in Anführungszeichen Erfolg ausmacht. Man gibt ja einige, die sind wesentlich erfolgreicher als ich. Aber ich denke mal, das liegt auch daran, dass ich eigentlich nur immer die Videos mache, die mir selber irgendwie Freude machen. Und ja, also ich würde zum Beispiel keine Videos machen, die, oder ja doch, ich habe es ja schon gemacht, die so rein informativ sind. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Die sind ja jetzt relativ gut angekommen. Aber das liegt mir auch nicht mehr so. Diese Morgen-Streams haben wir so einen Stündchen alle paar Tage. Ich versuche mal, Ludwig, irgendwie mal morgens einen Stream machen. Also ich will aber jetzt nichts fest versprechen. Kommt mal wieder was mit anderen Thailand-Youtubern. Ich erinnere mich ja nicht, dass ich mal was mit anderen Thailand-Youtubern gemacht habe. Außerdem Uli. Ich glaube, das ist der einzige YouTuber, mit dem ich mal was gemacht habe. Weil eigentlich bin ich so der Einzelhänger-Typ, der da auch nicht unbedingt mit anderen YouTubern Kontakt sucht. Muss ich ehrlich sagen. Wie findest du Pratschuhab zum Leben oder Urlaub? Ich habe ja nun zweieinhalb Jahre in Pratschuhab gelebt. Also mir hat das gut gefallen, muss ich sagen. Und wenn ich ehrlich bin, gefällt mir auch nach wie vor besser mal vom Flair her als hoher hin. Also die Ufer-Promenade, da bin ich immer langsgelaufen. Man kann ja von der City praktisch bis zum Forest Park durchgängig spazieren gehen, mit dem Parade fahren, wie auch immer. Und es sind auch einige neue Cafés dazugekommen. Am Forest Park ist ein sehr schönes Café. Da haben sie eine Theke gebaut, da kann man aufs Meer rausgucken. Am Wochenende vielleicht nicht so toll, aber durch die Woche schön da. Aber mir fehlten halt die sozialen Kontakte. Die Leute, mit denen ich Kontakt hatte, die sind älter geworden, viel Zeit zu Hause verbracht. Und da sind dann auch einige bei, mit denen möchte ich nicht unbedingt Kontakt haben. Mal vorsichtig ausgedrückt und dann wird das schon ein bisschen ändern. Vielleicht hat sich da auch inzwischen was geändert. Vielleicht sind inzwischen auch wieder mehr Ausländer da, mit denen man was unternehmen könnte. Also für einen Urlauber auf jeden Fall okay, wenn man seine Ruhe haben möchte. Also es liegt mit Bars und Nightlife und so. Vielleicht mit Florence von Cosa Mui. Kannst du andere Streamer empfehlen? Es gibt ja einige, die Schindluder betreiben. Sowas möchte ich nicht unterstützen. Also ich werde da keine Streamer oder anderen YouTube-Kanäle empfehlen. Außer meinem eigenen natürlich. Nee, aber da halte ich mich raus. Und ich habe schon sehr oft in den Streams erwähnt, ich gucke auch eigentlich keine deutschsprachigen Thailand-Youtuber. Also es gibt da Amerikaner, Engländer, die sehr, sehr gut sind vom Editieren her. Die sind hundertmal besser als ich. Ich wünsche, ich hätte da drauf, was die Jungs drauf haben. Die sind natürlich auch halb so alt wie ich. Und die sind mit Internet groß geworden. Die sind mit den Apps groß geworden und, 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 und. Aber die machen tolle Sachen, muss ich sagen. Die machen echt tolle Sachen. Welche Länder würdest du zum Auswandern empfehlen, wenn man noch nicht in Rente ist? Naja, nach wie vor dürfte Ausreiseland oder Auswanderungsland in Asien nach wie vor hier Thailand sein, denke ich mal. Obwohl Vietnam ist schwer im Kommen. Die sind ja da schwer an der Infrastruktur am Arbeiten. Und ich glaube, wir sind momentan in Südostasien das Land mit dem größten Wachstum. Also Vietnam, denke ich schon. Deswegen möchte ich da ja nochmal hin. Heißt nicht, dass ich unbedingt da bleiben möchte. Aber angucken möchte ich mir auf jeden Fall mal. Und noch sind die Lebenshaltungskosten, wie man so hört, ähnlich wie in Thailand. Gibt es einen Amerikaner, gibt es einen Amerikaner, wirklich, ich werde immer nur befragt, Zucker und Milch. Ja, den Amerikaner gibt es, merke ich, die meisten Cafés servieren den ohne, ohne Zucker und Milch. Also ich frage mal meinen Zucker, den Amerikaner trinke ich ohne Milch. Und komischerweise trinke ich zu Hause meinen Kaffee mit Milch. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich frage mich nicht. Aber meinen Amerikaner trinke ich nur mit Zucker. Ich weiß noch, dass damals auch das Thema Heirat auf den Tisch kam, kann ich ja absolut verstehen. Macht überhaupt keinen Sinn für dich. Nee, macht keinen Sinn für mich. Und ich habe schon mit 17, 18 beschlossen, nicht zu heiraten und auch keine Kinder in die Welt zu setzen. Und da fange ich mit, damals war ich, glaube ich, 65 oder so, da fange ich mit solchen Sachen bestimmt im hohen Alter, im kreisen Alter nicht an. Und nee, also das kommt für mich absolut nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte auch mein Schlückchen Freiheit behalten. Ich lasse mich da auch nicht unter Druck setzen, egal von wem, überhaupt nicht unter Druck setzen. Jetzt nicht nur auf die Heirat bezogen, sondern generell nicht. Also wenn ich irgendwas nicht machen möchte, dann mache ich nichts. Ich entscheide, was ich machen möchte. Wenn ich eine Tour machen möchte, dann mache ich die. Und wenn ich nicht möchte, dann mache ich nichts. Und so einfach ist das. Die wenige Freiheit, die man noch hat, die versuche ich auch komplett auszunutzen. 14 Euro hin und zurück für zwei Personen. Das ist aber richtig teuer. Ich habe gehört, man bekommt auch Flüge für um die 1.000 Euro. Aber wie gesagt, hören wir es deine Authentizität. Ja, sagen wir mal so. Ich habe ja in letzter Zeit sehr viele Abonnenten wieder kennengelernt, muss ich sagen, wo ich mich mitgetroffen habe. Wenige sind nur auf Video drauf. Aber die sagen, hör, du bist im Leben, wenn man sich mit dir unterhält, ein bisschen genauso wie du in deinen Videos rüberkommst. Also ich bin irgendwie flapsig. Manchmal rutschen mir aus Sachen raus. Jetzt hätte ich besser nicht gesagt. Die kann man bei den Videos immer schön rausschneiden. Was mir bei einem Gespräch manchmal rausrutscht und dann ist halt nichts zu schneiden. Das ist draußen. Genau wie in so einem Livestream hier. Die Videos von Florens werden immer langweiliger. Kann ich nicht beurteilen. Ich gucke sie nicht. Also da bin ich aber gefragt mit dem Florens. Ich glaube, momentan ist er dabei, sich ein Auto zu kaufen und hat er auch schon 100 Videos darüber gemacht. Also ich kriege das ja immer in den Vorschau-Bildern angezeigt. Kann man eigentlich wieder normal nach Thailand einreisen ohne Covid beschränken? Soweit ich weiß, ja. Da informiere ich mich auch sehr wenig darüber, muss ich sagen. Weil ich bin in Thailand. Also ich informiere mich eigentlich nur über Themen, die für mich relevant sind. Und da ich ja keine Tipps gebe jetzt in irgendwelchen Videos bei Einreise oder dies oder jenes sein oder so. Ich zeige mal ein Hotel, ein Restaurant oder so. Aber ansonsten mit Einreisebestimmungen kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Würdest du aufgrund deiner jahrelangen Wahrnehmung des Wetters in Thailand hinter der Aussage stehen, dass es eine deutsche Klimaveränderung gibt? Ja, also würde ich schon sagen. Momentan ist das Wetter wieder so, wie ich es von früher kenne. Denn zu festgesetzten Zeiten zwischen 4, 5, 6 Uhr, mal so eine Regenschauer kommt, halbe Stunde, mal eine Stunde, aber richtig heftig, klatsch. Und danach kommt die Sonne wieder raus. Und das hat man einfach nicht mehr. Hier regnet es manchmal tagelang, dann hat man wieder zwei Tage Sonne. Und das Wetter ist einfach nicht mehr zu kalkulieren, nicht mehr einzuschätzen. Das war ganz komisch. Auch auf der Tour. Ich hätte die Tour niemals gemacht, wenn ich sowas erwartet hätte. Jeden und jeden Tag reden. Und teilweise den ganzen Tag. Ich habe ja teilweise den Hotels den ganzen Tag festgegangen und bin in den Rehen pausen und was essen gegangen. Und da kann keiner erwarten, dass ich da irgendwie lange Videos aufnehme. Ich bin ja immer geflüchtet vor dem Rehen. Ich glaube, das Video in Chiang Mai, da war ich frühstücken. Dann bin ich nochmal losgegangen in den Rehen pausen. Dann bin ich mal ins Hotel zurück. Und da habe ich dreimal Anlauf genommen, um, ich glaube, 8 oder 9 Minuten zusammenzukriegen. Also Wetter ist schrecklich geworden. Also auf jeden Fall Klimaveränderung. Bei den dortigen Politik-Oberkontakt für zwei Personen. Ja, für zwei Personen ist schon okay. Vielen Dank für die 2 Euro. Der nächste, vielen herzlichen Dank. Na, ein kleiner Hosenscheißer. Wie geht es dir? Na ja. Da war ja mal wieder was von dir, Crazy. Grüß dich, Thomas. Vietnam ist top, aber bitte nicht mit dem Motorrad in Ho Chi Minh Stadtfahren zu gefährlich. Aber mit dem Motorrad kommt, also mit meinem eigenen Motorrad käme ich da eh nicht rüber. Weil das wollen die Vietnamesen nicht. Aber man kann sich da was mieten oder wie auch immer. Könntest du dir vorstellen, mit einer Burmesin eine Beziehung einzugehen? Keine Ahnung. Aber warum nicht? Also könnte ich mir schon vorstellen, aus dem einfachen Grund, ist eine Asiatin. Und die Asiatin, die sind doch ziemlich ähnlich gestrickt, würde ich sagen. Es gibt da natürlich Unterschiede, aber ich denke so, die Grundzüge, die sind sehr ähnlich. Wie ist das Preislichstezeit in Thailand? Naja, die Preise sind natürlich ein bisschen angezogen, schon alleine durch die Benzinpreise. Transportkosten sind höher. Aber was mir dann so aufgefallen ist, also wo ich jetzt konkret sagen kann, sonst war ich nicht, wo ich mal geguckt habe, weil ich mir selber schon mal kaufe. Eine Tüte Chips, die ist zwei Bad teurer geworden, eine Cola ist ein Bad teurer geworden. Und irgendwie so ein Süßkram, der ist auch zwischen zwei und drei Bad teurer geworden. Also das sind noch Kleinigkeiten. Bei Obst, Gemüse weiß ich nicht, ich koche nicht, ich will jeder nicht einkaufen. Kaffeepreise sind stabil geblieben. Essen in Gaststätten ist ein bisschen angezogen. Oder sie machen die Portionen kleinerer oder beides erhöhen die Preise und machen die Portionen trotzdem kleiner. Spritpreis, ich habe heute getankt, der ist von über 40, ist er wieder runter auf 36,75, glaube ich. Also irgendwie was knapp an 37. Also ja, auf Twitch haben die dann so einen Spendenbalken im Bild, gefällt mir nicht. Nee, den habe ich auch bei, den habe ich auch bei, als ich bei Twitch war, habe ich auch keinen Spendenbalken im Bild gehabt. Wer geben möchte, der kann, aber Spendenbalken kommt bei mir nicht im Bild rein. Wirst du mal ein Fantreffen machen? Wie denn, wo denn, was denn? Gute Frage. Ich wüsste nicht, also ich glaube nicht, dass ich hier so viele Leute zusammen bekäme oder so. Das sind ja immer einzelne Abonnenten, mit denen ich mich treffe. Letzte Woche, wann war das? Dienstag? Dienstag? Ja, Dienstag. Wie gesagt, war ich mit einem Pärchen im Zentara. Gestern habe ich auch jemanden getroffen. Ah ja, die Australier, das australische Pärchen Rita und Axel sind wieder hier. Die waren letzte Woche auch in Hua Hin, haben hier eine Nacht verbracht. Wohnen aber in Pratschwerp-Kirikan und das ist mit dem Grund, warum ich auch nach Pratschwerp möchte. Mit denen war immer lustig, mit denen verstehe ich mich sehr gut. Und die kommen auch nochmal nach Hua Hin runter, aber ich sage, okay, da komme ich auch mal nach Pratschwerp runter, können wir da irgendwie was zusammen machen. Und bisher noch kein Video mit denen gemacht, aber in Pratschwerp, denke ich mal, da wollen wir nochmal ein Video mit denen machen. Die sind ja super drauf. Die sind echt super drauf, die beiden. Ende des Jahres nach Thailand, wenn wir hier das Haus verkauft haben. Ja, klar. Fantreffen in Thailand, gute Idee. Ja, könnte man machen, wenn man genug Leute zusammen bekommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Leute aus Uda und Tali nach Hua Hin einreisen, um mich als alten Mann zu sehen. Also das wäre ja wohl, bei uns geht das wohl Ende des Jahres nach Thailand. Da waren wir schon, Fantreffen in Thailand macht. Wie alt bist du, Hörby? 67, Martin. 67 und kein bisschen Weise. Noch immer so durchgeknallt wie in meiner Jugend. Und wirklich erwachsen werde ich wohl auch nie werden. Aber da habe ich mich wieder abgefunden. Und will auch ja nicht normal sein. Ein Amerikaner in Deutschland, der war auf dem Frankfurter Airport, musste direkt an den Tisch denken und mir einen bestellen. Ja, der Axel auch, der hat früher mal Cappuccino oder so ein Zeug getrunken und sagt da, er trinkt jetzt auch Americano wie ich. Ich sage da, da habe ich schon mal wieder einen schlechten Einfluss auf dich gehabt. Er hat früher wirklich nur Cappuccino getrunken, ja. Darf man nicht nach einem Foto fragen, wenn man dich zum Beispiel auf der Walking Street in Portaia sieht. Ja, warum nicht? Also ich habe da kein Problem mit. Und ich bin ja kein Moralapostel. Warum soll ich nicht durch die Walking Street laufen, machen tausend andere Leute auch. Das heißt ja nicht, dass ich ein Bargänger bin, obwohl ich die Leute, die gerne in Bars verkehren, auch nicht verteufle. Muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe ja auch früher in Bars verkehrt und habe da meinen Spaß gehabt. Heutzutage brauche ich das nicht mehr. Ich bin eigentlich, ja, ich nehme nicht mehr am Nachtlebendal, sagen wir mal so. Obwohl man das hier in Hoha-Hinja auch könnte. Pflüger, Zürich, 900 Schweizer Franken. Kannst du uns mal wieder deinen Garten zeigen? Ja, 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 ja. Ich kann euch den Garten gerne mal zeigen. Ich habe da gestern und heute so ja unkautiert. Also wenn er jetzt meint, der Garten, der würde jetzt hier, weiß ich nicht, verkommen oder so, nee, nee. Also der ist schon ziemlich in Ordnung. Klimawandel kommt bald Schnee nach Talern. Na, da wollen wir nicht warten. Findest du die Thai-Air gut? Und wer noch Thai-Air? Keine Ahnung. Bin mit denen noch nie geflohen. Dafür bin ich zu lange in Thailand. Also Benzin wieder unter 35, 65. Ja, ich habe 26, klar, aber ich brauche 95 hier. Und das war bei 36, 75, glaube ich. Inklusive Schnee, na, da würden wir nicht hoffen. Mit wie viel Geld kommst du im Monat aus? Schwer zu sagen. Also ich halte das nie nach. Das gleicht sich bei mir immer aus. Mal gebe ich mehr aus. Ich würde sagen, ohne jetzt spezielle Ausgaben brauche ich persönlich nie mehr als 800 Euro im Monat. Also in Euro jetzt hier rechnet. Eher viel weniger. Eher viel weniger. Ich habe Tage, da gebe ich 200, 250 Watt aus, wenn ich nicht gerade tanken muss, oder irgendwas Spezielles gehabt. Aber jetzt in den letzten drei Monaten habe ich sehr viel Geld ausgeben. Das war einmal, ich musste den Pass verlängern lassen. Da waren mit zwei Taxifahren nach Bangkok 10.000 Watt. Dann habe ich die neuen Reifen gekauft. Das waren 10.900 Watt. Dann habe ich die Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Das waren 7.500 Watt. Dann, ja, der war jetzt nicht so teuer. Ja, die Versicherung schon so halbwegs. Aber dann die neue Käthe. Da waren, glaube ich, 3, 2 oder 3, 4 in Chiang Rai. Die Inspektion, die hat gekostet 5.300 Watt. Aber die Kosten, die habe ich ja nicht immer. Die habe ich ja nicht permanent. Also das kam gebündelt auf drei Monate verteilt irgendwie. Das ist natürlich schon viel Geld. Aber das muss ich dann auf das Jahr umlegen. Da muss ich dann auf das Jahr umlegen. Aber sonst, wenn ich normale Kosten habe mit Miete, Strom, Internet und so, ich denke mal um die 800 Euro. Aber eher weniger noch. Axel und Frieda waren immer sehr schöne Videos. Das stimmt. Ja, ich hoffe, dass ich die beiden überreden kann, mit mir nochmal vor die Kamera zu treten. Und dann schauen wir mal. Was wiegst du? Das ist schon mal gefragt worden heute. 65 Kilo. Ist die Nightboard, Paypal Anzeige Spam? Nee, die ist kein Spam. Die ist kein Spam. Ich weiß jetzt ja nicht. Motorrad und Paypal. Nee, die ist kein Spam. Was denkst du, wie politisch stabil beziehungsweise verlässlich sind die nächsten Jahre jetzt? Schwierige Frage. Also politisch verlässlich würde ich sagen, waren die ja noch nie. Die beschließen heute was. Und wird am anderen Tag wieder rufen. Haben wir ja während der speziellen Situation, gesehen, ne? Die wurden Beschlüsse gefasst mit Einreise und so weiter. Und am anderen Tag wurde doch alles über den Haufen geschmissen. Also politisch stabil. Und wenn man das jetzt auf politische Unruhen bezieht, keine Ahnung. Also die Leute sind vorsichtig ausgedrückt, nicht allzu zufrieden. Und ja, die Studenten, wer weiß, wie lange die Ruhe geben. Denen kann man, die Taisen sind, sagen wir mal, aufgeklärter geworden. Die lassen sich längst von da oben nicht mehr alles erzählen und lassen sich auch nicht mehr verdummt verkaufen. Also die unterhalten sich schon hinter vorgehaltener Hand über politische Sachen, was sie früher nicht gemacht haben. Schnee niemals, hier Klimaschwindel oder Natur. Wenn ich so will, wer dir deinen Jugendlichen leistet. Ja, manchmal bin ich ja nicht so happy drüber, gerade weil, ich habe mir das mal in meinem Mondo schon kopieren lassen. Also die Regenfahrt da, wo ich ja so und so nass geworden bin, die hätte nicht sein müssen. Das war teilweise gefährlich, was ich gemacht habe. Aber ich war einmal unterwegs. Ich hatte keine Möglichkeit, da irgendwo ran zu fahren. Das ging einfach nicht. In den Kurven kein Randstreifen. Also ich hätte mich da irgendwo unterstellen können und so. Aber sowas werde ich, wenn es sich vermeiden lässt, zukünftig machen. Und ich werde auch, naja, wie oft habe ich das gesagt, aber mit den 400 oder 500 Kilometern pro Tag, das lasse ich auch mal lieber sein. Meine Konzentration, die reicht dafür einfach nicht mehr aus. Ich meine dann immer noch, das ging. Also vor fünf, sechs Jahren kein Thema. Aber heutzutage, lasse ich so Experimente. Das ist ein experiment mittlerweile für mich. Lasse ich das lieber sein. Hast du noch Kontakt mit deiner Schwester? Ja. Die ist momentan in Kurven. Mit meiner Schwester habe ich noch Kontakt. Oder wieder aufgenommen seit einiger Zeit. Weil mir gefällt die Bildqualität von deinen Videos. Insbesondere die Firmen. Ich benutze nach wie vor die GoPro Hero 7. Und bin da auch noch sehr zufrieden mit. Und mal gucken, wenn die jetzt dieses Jahr mal wieder eine neue rausbringen, die die GoPro 8, 9 und 10. Also die hat so wenig Veränderungen. Hat natürlich Veränderungen, aber ich bin mit der 7er nach wie vor zufrieden. Und sicher bearbeite ich die Videos nachträglich, aber nicht mit der Farbgebung. Also da ist, wie die aus der Kamera kommen, werden die auch editiert, die Videos. Also an der Farbe verändere ich absolut nichts. Die sind so, wie sie sind. Die ist okay, zumindest momentan. Ansonsten die Emery jetzt. Meine Teilfrau sagt sie mir, auf meiner Frage, wann kommt Schnee in Thailand? Und dann wird deine Haare wieder aufwachsen. Da können sie lange wachsen. Warten. Danke dir, Laius. Ja, stimmt, Jens. Der Nightbody ist kein Spam. Ja, Claudia, ich bin mal online ausnahmsweise. Nach längerer Zeit. Wenn ich mal nach Thailand komme, würde ich auf jeden Fall das Nachtleben mitnehmen wollen. In Partei 26, die Repubrand Thailand, habe ich gehört. Ja, kann man so sehen. Obwohl da auch deutsch weniger ist. Aber bist du ein richtiger Leichtbau, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. War ich aber in der Zeit meines Lebens. Ich habe nie mehr gewogen als 65 Kilo. Dann bin ich mal auf 62 Kilo runter und jetzt wieder auf 65 Kilo hoch. Endlich bist du mal wieder live. Kurz aus Rostock von der 31-Hanses-Seel. Das scheint eine Ausstellung zu sein bei euch. Politische Lage in Thailand ist stabiler als in Euro. Die ist die gerade kollabiert. Ja, da muss ich natürlich einräumen. Also momentan ist es stabiler als bei euch. Schön, dich im Livestream zu sehen. Ja, da ist ein Twitch-Stream dabei. Ja, Twitch, das war eine kurze Phase. Ich glaube, da habe ich sieben Monate gemacht. Wie geht es mir gesundheitlich? Also relativ gut, bis auf die üblichen Wehchen. Wann war das denn? Vorgestern? Ja, vorgestern hatte ich wieder Rückenprobleme. Die Schmerzen, die Zogen, die Spitzen, die Beine runter. Aber heute wieder absolut okay. Da hast du recht. Funk aus. Danke für deine Hand und alles Gute vor allem Gesundheit. Danke. Grüß dich, SabayDi, Thai-German. Dir auch einen schönen Abend. Wie lange der Stream noch geht, ich weiß ja nicht. Wir sind jetzt gerade eine Stunde online. Und mal gucken. Na, Partaya habe ich noch einige Kontakte. Ich kenne auch noch einige Leute. Und was ich davon halte? Ich habe ja nun auch zweimal, einmal drei Jahre und einmal anderthalb Jahre in Jomtin gelebt. War eine schöne Zeit, aber heutzutage möchte ich eigentlich nicht mehr da wohnen. Dem Richard geht es gut. Wir hatten, ich glaube, Anfang letzter Woche hatten wir noch mal Kontakt, haben uns was geschrieben. Der wohnt noch in Thailand, der ist nach wie vor in Pratschowab. Etwas, ich glaube, drei Kilometer hinter Pratschowab, so weit. Ich bin ja geschaffen, mal live da mitzubekommen. Naja, also die Livestreams, ich mache es ja manchmal meistens die Anziane, sondern man darf dich auch sagen. Manche sagen ja jedes Wochenende oder so. Aber das wird ja langweilig. Es kommen ja dann im Laufe der Zeit auch immer wieder dieselben Fragen. Du hast viel mehr Abos verdient. Naja, ich meine, dem einen gefallen die Videos, dem anderen gefallen sie nicht. Ist ja jedem selber überlassen, ob er nun den Kanal abonniert oder auch nicht. Dann habe ich natürlich auch mal wieder so Phasen, wo ich dann zwei, drei Wochen kein Video aufnehme, weil ich keine Lust habe oder so oder weil es mir nicht gut geht oder keine Ahnung warum. Oder weil ich was anderes zu erledigen habe. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für einen Kanal. Man sollte schon kontinuierlich mindestens zwei Videos die Woche hochladen, um die Leute auch bei der Stange zu halten. Und wenn man dann mal zwei, drei Wochen keine Videos hochlädt, dann gehen einmal 20, 30, 40 Abonnenten verloren, weil halt nichts mehr kommt. Die GoPro 7, teuer, hab DJ Action Cam, kann nichts mehr machen, App nichts mehr wert. Ja, die Action, die DJ Action, die soll auch nicht schlecht sein. Auf jeden Fall macht die bessere Nachtaufnahmen als meine GoPro. Und die 7er, die ist überhaupt nicht mehr im Handel. Also hier in Thailand ist sie nicht im Handel und soweit ich gehört habe, in Deutschland auch nicht mehr. Was kosten aktuell Zigaretten? Um die 70 Spat irgendwie, was? Ich habe viel gefeiert, 15.000 Buds sind da nichts, werde in ein paar Jahren 2.000 als Rente haben. Also mit 2.000 Euro kannst du in Thailand gut leben, kein Problem. Allerdings, wenn du da jeden Tag Party machst und mit den 1.000 und schmeißt, dann naja. Morgen, morgen Traikfahrer. Ja, du willst mir ja so einen Traik unterjubeln. Ich werde mich mal erkundigen, wäre vielleicht ja nicht mal schlecht, Frankie. Aber ich weiß ja nicht, ich habe mal zwei von den Dingern irgendwo gesehen, kann mich nicht mal erinnern, wo. Ich meine irgendwie im Süden. Müssen wir mal gucken. Grüß dich, Adi. Michael ist in Bangkok. Bratschowab, Grandmars. Ah, im Grandmars-Biste. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche, wenn Wetter mitspielt, dann glaube ich, da fühlt es wahrscheinlich auch mal vorbei bei Grandmars. Das ist die zweite Straße. Wir haben ja mal von der Beach Route gerechnet, dann die erste, zweite Straße, glaube ich, ja. Was hältst du von Motorcycle, fahren ohne Helm, halte ich überhaupt nichts von. Ich fahre selbst ganz kurze Strecken, immer mit Helm, mache den Helm auch zu. Und mit Masken, naja, lasse machen. Beim Peter bin ich, auf dem Scooter bin ich ohne Helm gefahren und habe mich auch nicht sehr wohl gefühlt. Wie groß bist du? Hätte dich auf 75 geschätzt. Wie groß bin ich? 1,80, 1,82, so weit. In Pukut wäre das mit 2.000 knapp. Es kommt noch darauf an, welche Unterkunft du hast. Und wenn du natürlich jeden Tag europäisch bist, dann kommst du mit 2.000 Schläscher oder Runden. Krieg und Regen, keine gute Wahl. Aber höchstwahrscheinlich mit dem Breitreifen irgendwie, ne? Meditationsvideo machen, vielleicht live. Hör mir und meditieren, das passt aber ja nicht. Wenn ich den Livestream genieße, habe ich mir eine Mama-Suppe zubereitet, beziehungsweise der Herd, auch Reumag-Mag. Nein, das ist das Einzige, was ich nicht gerne esse, Mama-Suppe. Also, ne, die mag ich nicht. Deutsche Speise, indem du mit dem, die du hin und wieder vermisst. Nein, also ich vermisse von Speisen her überhaupt nichts eigentlich. Ich kann ja hier alles kaufen, wenn ich das möchte. Ich kann Schinken kaufen, ich kann Käse kaufen. Ich bin auf der Kanalstraßen im Laden, der verkauft nur Käse. Und andere europäische Produkte. Nach Marco bekomme ich Käse. Ich bekomme saure Gurken. Ich bekomme ja alles hier. Also, wenn ich da Lust drauf habe, kann ich mir das kaufen. Und es gibt natürlich auch noch Leute, die online vertreiben. Habe ich zum Beispiel jemanden kennengelernt, den Jürgen da in Pizza-Anolog. Da wollten wir eigentlich schon ein Video machen, aber das hat dann auch nicht geklappt. Aber wenn ich schon nochmal oben in der Ecke bin, dann werde ich schon nochmal vorbeifahren. Grüß dich, Jan. Grüße nach Hamburg. Auch an deine Mutter, an die Rita. Kreis haben einen BKK, einen Dach und heißen Tuk-Tuk. Ja, leider darf man die Dinger ja uns verlangen ja nicht fahren. Ja, Tuk-Tuk wäre auch noch eine Alternative. Aber mit den Dinger kommen wir ja auch nicht aus den Füßen. Die sind ja viel zu langsam. Ich schaue selber ein Dreirad, fährt 35 km und ein super Teil, kann bis zu 450 Kilo zuladen. Aber 35 Stundenkilometer, das ist ja nichts. Da komme ich ja nie wo an. Da komme ich ja nie an. Altona Busbahnhof mal zuhören. Ja, ja, nett. Die Rita, ja, wie viel Uhr haben wir? Die werden wir noch arbeiten, denke ich mal. Sieben Uhr, ne, müsste eigentlich zu Hause sein. Ja, wo ist ja schon dunkel draußen. Kann der ja eine Flugzeugturbine drauf bauen. Ja, das wäre ganz gut. Zumindest ein Turbolager. Ah, Muttern hat heute frei. Muss auch mal sein. Kommt ja selten genug vor bei ihr. Kennst den Schweinedieter Metzger? Ja, in Odontani. Okay, aber nicht persönlich. Ich habe nur viel von ihm gehört. Und er macht ja auch seit geraumer Zeit Videos auf YouTube. Irgendwie auch so Infovideos größtenteils. Er ist ja in ganz Thailand unterwegs. Heute in Partei, ja, dann ist er am anderen Tag wieder in Odon und so. Wenn ich mir die Vorschau-Bilder angucke. Da war es aber ganz schön viel. Das ist gerade die zweite Zigarette. Wenn der Stream nicht laufen würde, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon wesentlich mehr weggepfiffen. Hast du kein Bedenken, dass irgendwelche wilden Tiere da in deinem Raum reinkommen, wo die Tür aufsteht jetzt? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, hier draußen, da laufen schon mal oder kriechen ein paar Schlangen rum. Also jetzt nicht gebündelt, aber manchmal so einfach einzeln eine Schlange. Diese Baum-Baum-Baum-Baum-Nattern oder was da nicht, diese grünen Viecher. Aber ansonsten, ich meine, die finde ich nicht angenehm. Aber meistens sehe ich sie ja. Kleine Spinnen hat man schon mal hier drin. Den Frosch habe ich auch schon mal hier drin gehabt. Und in Pratschwerf hatte ich auch mal eine Kobra in der Küche. Nächstes schon mal zur Massage. Ne, ich habe das ja mal eine Zeit lang gemacht. Vor fünf, sechs Monaten, als ich so schwere Rückenprobleme hatte, hat mir nicht viel geholfen. Dann habe ich auch da dran gehen. In Bezug auf Friedensschutz und Sicherheit im Straßenverkehr. UTV. Sagt mir jetzt nichts. Wann ist das denn? UTV? UTV? Kauft er diesen Deo als Mini-Pick-Up? Ja, der Georg, der hat immer wieder einen Link geschickt von diesen Dingen da. Und, äh, aber der hat keinen Turbolader. Der hat auch nur irgendwie 40 PS oder so. Aber den Pick-Up, den habe ich nach wie vor im Kopf. Aber wenn die zweite unmittelbar nach der ersten Zigarette kommt, dann kann man schon in etwa auf einen generellen Zigarettenkonsum schließen. Ja, richtig, sage ich. Also ich brauche so, sagen wir mal, versuche hier einmal ehrlich zu sein, so zwei Päckchen am Tag, die rauche ich schon. Die rauche ich schon. Wattest du schon mal Stress mit der Zeitpolizei? Also richtig, wirklichen Stress nicht, also nein. Also ist nie so weit gekommen, äh, dass sie mich einbuchten wollten, wie in irgendetwas. Ja. Du gehst doch zur Massage? Nee. Nee. Also, wüsste ich nicht. Außer da vor fünf, sechs, sechs Monaten, wo ich da mal da, äh, bei der älteren Dame war. Am Anfang war die, war das ganz gut. Ich dachte, ich hätte was gebracht, aber dann habe ich dann auch wieder eingestellt. Eben, pass auf. Tuk Tuk dürfen wir nicht fahren, kann man Geld mitverdienen. Alles, womit man Geld verdienen kann, dürfen wir nicht bewegen. Das Gleiche mit Fischerbooten. Mit Fischerbooten, wir dürfen auch keine, keine Fischerboote fahren. Oder, wenn man das fahren, man fährt, boht. So, ich werde mich mal verabschieden. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Wünsche ich dir auch. Ja, Sonntag ist dann mit mir gelaufen. Hier ist schon ein Stocknusser. Bleib wieder ein bisschen, lasse ich nicht eiern. Nee, eiern lasse ich mich nicht. Was macht deine Schulter, Sticher? Tontaum. Ja, das war, das war an dem Tag, da hat die ein bisschen wehgetan. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ein Gewehr so einen Rückschlag hat. War schon okay. Das war nichts Schlimmes. Die linke Schulter, die hat mir wenigstens länger wehgetan, als ich mit dem Scooter auf die Nase gefallen bin. Alles klar, Jan. Lass dich auch nicht eiern. Deine Runden drehen, wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Söge mir Grüße, gebe ich weiter. Alles klar, Jan. Wir sehen uns zwar sowieso bald. Und halte mich über die Testangebremse mit der GoPro 10 auf dem Laufenden. Das interessiert mich schon wirklich. Müssen wir uns unbedingt darüber unterhalten, über das Ding. Du probierst ja wenigstens mehr rum mit den Kameras, als ich. Was hast du am liebsten und verträgst du Scharfes? Am liebsten, naja, ich esse ja gerne Patkapau. Ich kann sagen, wenn möglich, mit dem Spielei. Und scharf essen, nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so wie früher. Also, mein Magen ist empfindlicher geworden. Vertrage ich auch nicht mehr so. Hast du den Vorrang abonniert? Nein, habe ich nicht abonniert. Der ist mir zu angepasst. Ist ein Wabeblättchen geworden. Der war früher mal ganz nett. Als ich noch in Pattaya wohnte, habe ich ein Regelmädchen gelesen. Der lag ja überall kostenlos aus. Aber ein Verlang, nee. Den muss man nicht unbedingt geben. So, Blindenmassage habe ich auch mal gemacht. Die sind gut, muss ich sagen. Soll ich den Hua Hin auch geben. Habe ich den Jomtchen mal gemacht. Das ist auch eine Blindenmassage. Also, die waren gute Jungs, weil die haben irgendwie ein ganz anderes Gefühl dafür. Mir gefällt Potschwab sehr von deinen Videos her. Warum bist du von dort weg? Ja, nicht zu langweilig. Ich habe mich da auch beschäftigen können. Ich kann mich immer in der und einer Form beschäftigen. Ein bisschen an den Pflanzen rumwagen. Ein bisschen da machen. Viel gelesen mit dem Motor durchgehen. Ich habe von da auch meine Touren gemacht. Aber die sozialen Kontakte fehlten halt. Da war ein Binnengrund. Grüß dich, Josef. Tschüss Jan. Das ist ja gar nicht scharf. Am liebsten so, dass man richtig schwitzen konnte. Das habe ich früher gemacht, Ludwig. Kann ich nicht mehr. Das macht mein Magen nicht mehr mit. Mir geht es soweit recht gut. Kann da nicht schmeckern. Was ist eine Blindenmassage? Ja, die Leute, die da massieren, die sind blind. Und haben größtenteils in Watt-Po-Massage gelernt. Und die wissen, was sie machen. Die ertasten irgendwie die Verspannungen und so weiter. Also das ist ganz anders, als wenn sie zu einer normalen Thai-Massage geht. Grüß dich, Ruth. Du bist sicher noch in Spanien irgendwo unterwegs. Klaus ist auch da. Im November werde ich auch wieder Bad KV genießen. Ja, das scheinen viele zu mögen, Bad KV. Also ich mag das für euch. Also alle zwei Tage. Ich bin auch schon aufgefragt worden, ob man das nicht zum Hals raus hängt. Also Bad KV kann ich eigentlich immer essen. Genau, haben ein Kumpel. Ja, die ertasten sowas. Die sind wesentlich sensibler dafür. Die sehen ja nichts. Müssen sich auf ihren Tast sehen und ihr Gehör verlassen und so. Also die sind schon gut, die Blinden. Jeder soll rauchen, wie er will. Muss aber dann auch eventuell die Konsequenzen akzeptieren. Muss ich da recht geben. Thomas, ich habe ja nun mal COPD und rauche trotzdem weiter. Die Ärzte haben ja schon ein paar Jahre nicht gesagt, ich soll dann damit aufhören. Deswegen hört er mich ja auch immer so laut japsen, wenn ich dann mal für Fuß unterweht bin. Und besser wird das nicht mehr. Du hast ja mit der Pflanzenpflege das Arme von Käuvernommen. Ja, musste ich ja zwangsweise. Aber wer meine ganz alten Videos kennt, ich habe ja auch mal ein Video gemacht, mein kleiner Garten in Nangrong oder so ähnlich. Und ich habe eigentlich immer einen Teil an einem Garten gehabt, wenn ich Häuser gemietet hatte. Das ist ja kein richtiger Garten hier. Hier steht ja alles in den Töpfen rum. Aber in Nangrong, da habe ich richtig einen schönen Garten angelegt gehabt. Und hintenrum, so versteckt hinter den Pflanzen, hatte ich auch nützliche Sachen stehen. Ich habe Gurken angebaut und Chili und all so ein Zeug. Das war schon schön. Also da habe ich mich doch schon drum gekümmert. Ich muss allerdings sagen, ich war ja auf jeden Fall schünger. Heutzutage fällt mir das alles ein bisschen schwer. Die Bückerei, wenn man Unkraut jäte. Und ja, dann muss ich halt eben, was ich früher an einem Tag gemacht habe, mache ich dann zwei, drei Tage. Also muss man das schon alles ein bisschen einteilen. Bang Bang, ja, das ist Bang Bang. Ihr seht das jetzt nicht mehr auf dem Tisch. Ich habe da bestimmt noch zehn Bang Bang liegen, die ich wieder so im Laufe der letzten Tage mitgebracht habe. Also jedes Mal 7-Eleven, dann gehen wir ein paar Bang Bang mit. Da will Infill Store in Nontaburg besuchen. Ich liebe diese Bikes. Ja, nicht schlecht. Also optisch findest du ganz gut. Wenn du den Zigarettenkonsum nennst, wird es auch immer, zumindest aber könntest du es verhindern, dass es noch schlimmer wird. Also besser wird es nicht mal bei COPD. Aber schlimmer auf jeden Fall. Ich sage ja, du könntest es als Körbner schaffen. Ja, ja. Macht euch nur weiter. Lustig aber nicht. Ich sehe mich schon beim Lajosch da mit dem Benzinrasenmäher rumdüsen. Wenn er jetzt einen vernünftigen Rasenmäher hätte, den man so im Sitzen betreiben könnte, und das Ding ein bisschen frisieren würde, dann würde ich mir das ja noch gefallen lassen. Zumindest die Rasenpflege zu übernehmen. Die 555. Die 555 steht, die 5 ist die Zahl H. Und 555 steht dann für HHHH. Also ein Lachen. Grüß dich, Herries. Also die 555, die wird oft auch in den Kommentaren benutzt und so. Hallo, Hubert. Ja, Hubert. Okay, ich habe fast erwartet, dass es das sein würde. Ein Schneiderwag hinten ans Bike. Klappt bestimmt auch. Dafür ist mein Bike zu schade. Jedes Mal, wenn ich bei dem Lajosch war, da muss ich mein Bike sowieso putzen. Der hat ja seine Einfahrt ja noch nicht betonieren lassen. Wenn da recht häppich gerechnet hat, dann ist die Joke wieder voll Schlamm. Braucht ihr noch eine Sense an den Moped? Ne, da könnt ihr mich nicht von überzeugen. Das mache ich nicht. Bike bleibt Bike. Da spiele ich nicht mit. Ach, der Manni ist da. Grüße ich Sie am Radar. Salam alaikum. Ja. Wo treibt es sich wieder rum? Bist du mal zum Essen unterwegs? Schön, fahr in Thailand. Genau. HHHH. Genau, Ari. Du hast was durchschaut. Die Stützräder. Na, die brauche ich zum Glück noch nicht. Herr Manni ist ausnahmsweise mal zu Hause. Rauchen ist auch. Also hör auf. Ich weiß, die meisten rauchen nicht. Ich mache mal noch eine an. Danach hör schon auf. Die Packung ist auch bald leer. Da ich mich dem rauche, habt ihr recht. Ich will auch keinen hier zum Rauchen verführen. In einer anderen Form oder so. Ich bin hier Nussraucher. Hört sehr blöd an, aber mir schmeckt das Zeug wirklich. Dafür sehe ich auch aus, als wäre ich schon über 80. Also rauchen ist in ganzer Weise gut. Ich hoffe, dich mal in Jomkin zu sehen. 19 August zum Bleiben. Bleiben. Also in Jomkin noch besser gesagt in Pattaya. Nach Zeit 13 werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach im Januar sein. Da hat mich jemand eingeladen, den mal zu besuchen. Ich fahre nicht für einen Tag nach Pattaya runter. Aber da werden wir uns wahrscheinlich mal sehen. Was ist eine Sense in dem Zusammenhang? Also hier in Thailand arbeiten sie ja oft noch mit Sense. Hast du auch ein Auto? Nein, 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 nein. Also solange sich das vermeiden lässt, möchte ich auch kein Auto fahren. Wird irgendwann mal kommen müssen. Wenn ich das nicht mehr kann mit dem Motorrad. Aber momentan, ich habe das im Auge. Wenn es sich mal mal günstiger da gibt, stelle ich mal so einen kleinen, daher zu vielleicht vor der Türe. Nichts gegen gelene Konsum, aber es gibt halt bei allem ein zu viel. Ja, und mit Zigaretten auf jeden Fall. Ich kenne Leute, die sind gelene als Raucher. Wenn die mich sehen, da fahren sie sich eine Zigarette und dann ist das gut. Können das. Ich könnte das nicht. Wenn ich dann aufhören würde und mir würde einer noch einen anbieten, dann würde ich mir direkt noch ein Päckchen kaufen. Ach, das war ein Wörtchen-Gemann. Ich dachte, das wäre so ein Motorradbegriff, den ich nicht kenne. Nein, nein, mit der Sense ist Wörtchen-Gemann. Ziehen wir jetzt auch einer rein. Malwaren geht immer. UTVs sind nutzwertorientierte SSVs, Zeit-by-Zeit-Vehikel. Das heißt, ein SSV würde für dich auch in Erwägung kommen. Ja. Zigaretten sind wichtiger als das Essen. Ne, so weit ist es noch nicht bei mir. So weit ist es noch nicht bei mir, Franky. Aber Essen muss sein. Die SMS-Zigaretten sind gut im Geschmack. Ja, sind die schlecht, haben die Zeit lang geraut. Ja, so viel kenne ich nur zu gut. Ja. Das kann ja mit Alkohol auch passieren. Immer einen über den Durst trinken, ist auch nicht sonderlich gesund. Aber wenn du so denkst, wer weiß, was in unseren Lebensmitteln alles drin ist, dann ist es auch nicht gesund. Da machen wir uns eigentlich wenig Gedanken drüber. Ja, wie immer toll. Stream, ich mache mich. Aber war schon wieder los, sehen wir uns die Tage wieder. Also streammäßig auf keinen Fall. Momentan habe ich noch ein Video von der Baustelle. Die Schnipsel von Lajosch da. Da bearbeite ich noch ein bisschen mehr dran. Und dann kommt das irgendwann raus. Und dann muss ich mal gucken, was ich Neues mache. Vielleicht Pratschuhab da, wenn das Wetter mitspielt. Ich weiß auch nicht, ob das heute bei mir geregnet hat. Eben kam ja die Meldung in Hua Hin, würde es regnen. Aber das heißt nicht, dass es bei mir in der Ecke geregnet hat. Das sind oft 500 Meter oder ein Kilometer. Da regnen Ströme und hier bei mir kommt nichts runter. Was kannst du mir raten? Was für ein Regenschutz, der gut ist für Motorbike. Keine Ahnung. Ich habe hier zwei Regenkombis gehabt. Die waren nach kürzester Zeit kaputt. Deswegen bin ich gefahren ohne Regenkombi. Das, was da hört, wie raar trinke ich. Naja, so hat jeder seine Laster. Das, was da hört, wie raar trinke ich. Naja. Einen guten Marihuana scheinbar ist, aber ab und zu auch mal gut. Also ich halte nichts von dem Zeug. Nicht, weil ich das Zeug vertausche, aber ne, muss ich auch ein bisschen religiös. Was hältst du von Buddhismus? Buddhismus finde ich eine gute Sache. Ich selber bin allerdings nicht religiös. Ich habe nie geraten, nie getrunken. Bin ich jetzt nicht normal. Ne, alles im grünen Bereich, Berchti. Grüße aus Südölkland, Münze und Meer. Gutes Wetter bei deinen Reisen. Naja, die Wetterverhältnisse sollen sich verbessern in nächster Zeit, wollen wir mal hoffen. Ich war gestern auf dem Friedhof und da standen die Malen schon. Ich trinke mich die letzten schon umgeben sauber in Reihe und Glied mit der Frage, wann kommst du? Ich freue mich schon auf die Schnipsel von Lajos und wie. Ja, das war so eine Hau-Ruck-Aktion. Also ich hoffe, dass ich das halbwegs hinbekommen habe, weil da kam nicht ein chronologischer Reihenfolie an. Das sage ich auch nochmal im Video. Also ich glaube, einiges habe ich da durcheinander gewürfelt, aber das waren, ich weiß nicht, wie viele Files das waren, also wie viele von den Schnipseln, keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt. Auf jeden Fall war da ein ziemlicher Werber alles, was bei mir, Lajos hat die in chronologischer Reihenfolie auf die Festplatte von mir gezogen. Aber in meinem Bearbeitungsprogramm kamen die vollkommen durcheinander an, da musste ich mir alles wieder raussuchen. Ganz generell mit der Lebensmittelsicherheit in Thailand aus, ich weiß gar nicht über dieses Land, ist es okay oder geht es eher in Richtung China? Nein, also so schlimm wie in China ist es nicht, also Lebensmittel, soweit ich das beurteilen kann, sind in Ordnung. Auch frische Sachen, ob jetzt Obst, Gemüse oder wie auch immer, ich habe ganz selten irgendwie Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt gehabt in den ganzen Jahren. Was die viel verwenden, sind diese Geschmacksverstärker. Und die sind in fast allen Sachen drin, ob das Limonade ist oder andere Sachen, die Geschmacksverstärker haben sie fast überall drin. Alles klar, Harry, ist auch weg, bis bald in Thailand. Sanuk sollte da wohl werden, Sanuk Mag Mag. Heavens geht, die Videos mit Lajos sind immer sehr informativ. Ja, informativ, teilweise lustig. Und wir waren auch, als wir in Samu-Zong-Khan waren, das war ja auch eine lustige Angelegenheit, als wir da die, wie viele Tage, drei Tage unterwegs waren zusammen. War ja ganz lustig. Vermisst du eigentlich zwischen Nürburgring und die Eifel mit den Kurven oder gibt es in Thailand auch so eine Rennstrecke? Es gäbe eine Rennstrecke in Buriram, hier um die Ecke ist auch eine, Ken Kraschang ist eine Rennstrecke. Aber durch die Woche ist sie geschlossen, da finden auch Rennen statt. Ich war mal so mutig, wir wollten da mitfahren. Dann habe ich mir aber geguckt, wie die Jungs da unterwegs sind. Die rasen da mit 200 drüber. Und das muss ich dann doch nicht mehr unbedingt haben. Also da tausche ich mir selber nicht zu. Nürburgring bringe ich früher selber. Viel drüber gefahren. Bin auch die 130 Kilometer von Aachen zum Ring hoch. Sehr oft gefahren am Wochenende. Ist Rauchen im Außenbereich von Restaurants noch möglich? Ja. Manche Restaurants haben so ja draußen eine Raucherecke, wo sie Aschenbecher stehen haben. Wo war ich denn gestern? Wo war das heute? Weiß ich ja nicht mehr. Auf jeden Fall. Nee, gestern waren wir hier bei mir unten in der Straße in dem Hamburger Laden, der Kerl und ich. Und da standen im Außenbereich auch Aschenbecher auf den Tischen. Und da konnten wir auch manche Restaurants haben das. Also weniger, aber gibt sie. Ich freue mich auf das Video von Lai und Bidi, Lieben. Was für ein Motorrad fährst du? Sieht ja super aus. Und robust. Ist die 500er X von Honda. Und Da flog gerade eine Nachricht an. Norbert aus Korat. Die Kiddies von ihm, das sind ja meine größten Fans. Der Kleine, der hat sich heute auf die Nase gepackt. Norbert hat immer Bilder geschickt. Jetzt mussten sie zum Krankenhaus. Und da flossen die Tränen. Aber alles okay. Nichts gebrochen. Wir stellen den beiden Kleinen viele Grüße, Norbert. Ich werde auf jeden Fall in Thailand beerdet. Ich mache keinen Sinn, mich da nach Deutschland überführen zu lassen. Ich habe da noch Bruder, Schwester, habe sonst keine Verwandten da. Also warum sollte ich mich da beerdeten lassen? Ganz Thailand, in seiner Rennstrecke. Das muss ja wieder kommen, Manni. Aber im Prinzip hast du recht. Die fahren schon, ja, wie die Wild gewordenen. Nein, also ohne Zusätze gibt es hier höchstwahrscheinlich keine Zigaretten. Das pflegeende Fleisch soll ganz gut sein bei Problemen im Magen. Genau, habe ich auch immer im Kühlschrank stehen. Aber habe ich bisher hier, also jedenfalls hier habe ich ihn auch nie benutzt. Ja, ich bin nicht 50 oder 70 spart. So eine kleine Flasche. Hi, Hubert, habe ich gedacht, ich hätte dich mal in CNX getroffen. Kann, kann möglich sein, Peter. Wir sprechen oft Leute an Weißenau und kann sich erinnern. Aber es sind inzwischen so viele. Ich weiß nicht, oft haben sie mich zuzuordnen. Der Motorradrahmen ist aufwärts und kommt Dienstag vom TÜV zurück. Das nächste ist der Motor, der liegt auf dem Tisch. Dann weiterhin gutes Gelingenfeld. Ich gucke, dass ihr die 7,50 Euro gut zusammengeschraubt röst. Ich möchte ein positives Feedback von dem Kunden hören. Echt meine Lieblingsmaschine in Deutschland. Die neuen Modelle, da halte ich ja nichts von. Das ist was für alte Männer. Die drehen gerade mal bis 6.000, 6.500 Touren. Und ich halte von den neuen Modellen nicht viel. Wo ist dich, Michi? Wann fährst du wieder zur Taioma? Grüße aus Hamburg. Ja, Taioma, die ist momentan ziemlich schwer beschäftigt. Die macht Baustellenbetreibung. Die betreibt ihr Restaurant. Die hat noch einen Laden, wo sie Gastronomiebedarf verkauft. Und entsprechend selten ist sie momentan in ihrem Restaurant anzutreffen. Man weiß ja nie, wo die Frau sich gerade rumtreibt. Die hat da zu viel am Laufen momentan. ECH-Retten sind im Trend, obwohl sie verboten sind. ECH-Retten sind verboten. Drohen sie ja Haftstrafen. Das Ding wird konfisziert. Und Geldstrafen sowieso. Aber sind verboten, aber trotzdem im Trend. Am Strand gibt es diese Buddha-Struktur mit ein paar Lokalen. Bist du da mal größer aus Wien? Ja, manchmal bin ich am Strand von Hua hin. Aber wenn, dann gehe ich ja meistens nur spazieren. Also ich bin keiner, der sich da stundenlang an den Strand legt. Das mache ich nicht. E-Cigaretten sind verboten. Genau, Stefan, die sind verboten. Trotzdem werden sie ja auch wie... Welche Tais halten sie schon an die Sätze? Die machen, was sie wollen. CAF 300 Rallye. Die 300er. Ja, soll kein schlechtes Motorrad sein. Von anderen habe ich gehört, die wäre ziemlich instabil. Also die schaukelt auch oder so. Irgendwie sowas. Selbst die Einfuhr auf jeden Fall. Also bringt keine E-Cigaretten mit nach Thailand drüber. Oder dieses Liquid oder wie auch immer. Erstens sind sie am Zoll weg. Und ihr könnt große Schwierigkeiten am Zoll bekommen. Also bringt auf keinen Fall E-Cigaretten mit. Obwohl im Internet werden die vertreten. Auch das Ganze drum und dran. Die Calls und die hat Liquid. Aber mitbringen auf keinen Fall. Kann ziemlich ein Arger geben. Suche nach Honda DCX 700 Automatik. Genau. Wer ist das 750er? Wer noch? Oder gibt ich die auch als 700er? Weiß nicht. Ist das dann ein Scooter? Damit kenne ich mich gar nicht so aus. Also ich weiß halt, die 750er Honda als Halbautomaten gibt. Die hat keine Kupplung. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Was denkst du, gibt es die Fähre von Pattaya nach Hua Hin nie wieder? Danke für deine Videos. Ne, also die Fähre, die ist kein Thema mehr. Die wird es nicht mehr geben. Vor ein paar Jahren hatten wir ja noch geplant eine Autofähre. Zwischen Pattaya und Hua Hin pendeln zu lassen. Das Thema war dann ganz am Tisch. Und jetzt ist die ganze Fähre an die Lehnheit. Die ist auch Akta gelegt. Die Honda ist leicht, zufällig und gut. Ja, die 250er, die wird auf jeden Fall in Thailand gebaut. Und ich glaube, die 300er auch. Bei der 500er bin ich mir nicht sicher. Grüß dich, Christiano. Man kann festgenommen werden. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Ich glaube, eine Schweizer Touristin, die hat da große Probleme bekommen. Die hat, der haben sie die E-Zigarette weggenommen. Ist mit der Wache geschleppt worden. Die sollten einen Bußgeld bezahlen. Die hat sich die Weihung, einen Bußgeld zu bezahlen. Und die haben sie wirklich 48 Stunden festgesetzt. Ich weiß nicht, wie er ganz an Ausgaben ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, kann große Probleme geben. Ja, der Siam-Reiter ist der Ansprechpartner für die CBR 300. Gerade der neue CBR 600 gesehen, auch geil. Nur 700er. Ne, die 250er haben sie aus dem Programm genommen. Dafür haben sie jetzt... Damals gab es die 250er und die 300er parallel. Und die 250er haben sie ersatzlos gestrichen. Obwohl, es war ein gutes Berg, muss es sein. Ich war da sehr zufrieden mit. Nie Probleme gemacht. Nur immer Verschleißteile ausgetauscht. Aber sonst, schön gutes Motorrad. Zuverlässig. Aber sind die Hondas eigentlich alle. Alles Gute, bleib gesund. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Der Nachbar von N fährt eine CPX 250. Fällt mir auch sehr gut. Der neue Motor hat 288 Kubik. Ja, ja, die haben ja nie genau 300 oder 500 Kubikzentimeter. Komischerweise. Markenbild. Ja, ich habe eigentlich nur in der Honda gefahren. Bis auf einmal, da hat sich die... Da war das, die 175er Kawasaki Boss. Zweizylinder und Rental. Die kannte ich schon noch nicht, Manni. Man lernt immer wieder was dazu. Marihuana ist erlaubt, aber die E-Ziaretten nicht. Typisch da, ja. Ja, mit den E-Ziaretten wird das auch vollendermaßen sein. Die haben ja keine Steuer da drauf. Da wird ja alles unter der Hand gehandelt. Auf das Liquid haben sie keine Steuer drauf. Und ja, auch wieder alles eine finanzielle Sache. Nächste Motorrad-Reise. Ja, vielleicht, wenn das Wetter nicht spielt, wie gesagt, nächste Woche. Aber das sind gerade mal 100 Kilometer nach Bratschowab runter. Das kann man nicht als Reise bezeichnen. Ich wollte dann drei Nächte bleiben, weil Axel und Rita da sind. Dann wollte ich den Richard noch mal besuchen. Und wollte mir das Öko-Haus oder Bio-Haus, wie ich es genannt hatte, was eigentlich kein direktes Öko-Haus ist, noch mal ansehen. Mal sehen, ob die mich da noch mal filmen lassen. Das müsste ja mittlerweile fertig sein. Ich glaube, da habe ich vor zwei, zweieinhalb Jahren das letzte Mal aufgenommen. Und da würde mich mal interessieren, wie das jetzt komplett fertig aussieht. Das hat es ja schön gemacht. Teilweise die Fenster mit alten Flaschen und so. Also fand ich schon schön. Mal gucken. Hast du nicht mal gesagt, die 2,50er bekommen in den Börsen irgendwann Probleme begrüßt? Ja, sicher. Wenn du mit zwei Mann 2,50er und dann noch Top-Käse und zwei Seitenkoffer drauf, dann wird es natürlich eng. Auch beim Überholen. Also mit der 500er, da habe ich selbst, wenn ich zwei Koffer und mit zwei Personen fahre, habe ich noch genug Luft. Da kannst du auch mal zügig überholen. Da hast du noch genug Versaue. Ja, da lasse ich mich auch überraschen. Marihuana, das ist nicht so beliebt. Weil, naja, die kommen ja auf die letzten Ideen. Die stellen ja auch manche Sachen an, wenn sie eine Wund durchgetrunken haben. Vielleicht ist dann mit der Marihuana das Gleiche, dass die dann am Rad drehen da. Ich fand die Touren super. Ich habe viel Freude mit mir. Ja, mir hätten die Touren noch wenig mehr Spaß gemacht, wenn es einen schönen Tag nass geworden wäre. Aber willst du machen, ne? Mit dem Wetter, da sind wir nicht dran. Ist dir intern dann schon mal ein Motorroller mit den zwei Rädern vorne begegnet? Ja, zwei, drei Mal. Aber die sieht man relativ selten. Die sieht man sehr, sehr selten. Ich habe sie zwei, drei Mal gesehen und irgendwie, das ist ja ja nichts. Das ist kein Motorroller, das ist kein Motorrad. Das ist keine Ahnung. Aber sie sollen ein gutes Fahrverhalten haben. Ich kann nicht beurteilen. Grüß dich, Sony. Ludwig, ja, ein Schweizer war deswegen schon im Knast und durfte nur gehen in hohe Kaution raus. Ja, stimmt. Also mit den E-Ziaretten, also seid vorsichtig damit. Auf keinen Fall, wenn ihr euch in Thailand welche besorgt, auf keinen Fall in der Öffentlichkeit rauchen. Die haben ja überall Videokameras hängen da. Also für die kein Problem, das aufzuspüren dann. Ein 300er Enduro macht nur Sinn, wenn man von der Straße will, weil es ja viel Verkehr. Und es gibt einige, die fahren hier Enduro, eine 300er und haben so ein Mischreifen drauf, Straße und Gelände. Und zwar haben die Jungs sich die Dinger gekauft, weil die einen langen Federweg haben. Und bei den thailändischen Strafverhältnissen vielleicht ja nicht mal so verkehrt. Estoni ist wieder da. Ah, Estoni und Laioch haben ein besonderes Verhältnis, sehe ich da gerade. Werden sich wohl in den Kommentaren schon ausgetauscht haben. Also ich lese normalerweise alle Kommentare, aber die Antworten, die ihr untereinander austauscht, die werden mir dann teilweise auch nicht mehr alle angezeigt. Planst du eine Reise nach Deutschland? Nein, wo auch ein Mürtes Willen ist. Soll ich in Deutschland? Ich komme überhaupt nicht mal zurecht nach 24 Jahren. Ich war 24 Jahre nicht in Deutschland. Ja klar, am 9. September dieses Jahres bin ich 24 Jahre in Thailand. Nee, nee, da zieht mich ja nichts hin. Nein, absolut nicht. Meine Empfehlung Honda CR500 aus den 80er Jahren. Da darf ich gern auch mal schmutzig zugehen. Ja, stimmt. Also ich habe die alten 7.15 Modelle die ganze Jahre nicht gefahren. Die K6, die K7 und später kamen ja die F-Modelle raus. Die F1 und das letzte Modell, was ich gefahren habe, war die F2, die Boldore von Honda. Ja, wir waren in einem halben Jahr direkt geschrottet. Ich war in der Eifel unterwegs und da lag ich auf der Nase. Ich bin auch damals anders gefahren als heutzutage. Ich bin gerade im Tarkan im Süddeutschland. Hier wechseln überall Marihuana. Verrückt. Abnehmer sind es halt zu wenig. Also die Shops, die Marihuana-Shops, die Ganjar-Shops, die schießen hier wie Pilze aus dem Boden. Du kriegst das Zeug hier an jeder Ecke zu kaufen momentan. Ja, nicht mal billig. Ich glaube, die billigste Qualität, was immer das ist, 400 Watt. Und das teuerste habe ich gesehen in Pizza No Lock, die wollten für einen Gramm 1500 Watt haben. Vielen Dank, Markus. Gesund, weiterhin gute Fahrt. Ja, wollen wir doch hoffen. Die Domi hatte ich auch. Warum können wir solche Gefühle für Deutschland? Nein, nein, nein. Ich habe zu keiner Zeit irgendwie mal Heimweh gehabt. Auf keinen Fall. Ja, sicher. Ich habe meine ganze Kindheit, Jugend in Deutschland verbaut. Ich habe 28 Jahre in Holland gelebt, aber immer weiterhin in Deutschland gearbeitet. Aber der Bezug geht auch irgendwie verloren. Und ich wollte ja schon immer irgendwie aus Deutschland raus, schon mit 18, aber habe mich nicht getraut. Also ich vermisse Deutschland auf keinen Fall. Unabhängig von der jetzigen Situation, die in Deutschland herrscht. Also die hat da absolut nichts mit zu tun. Ich habe Deutschland zu keiner Zeit vermisst. Jetzt habe ich auch schon besser öfter erwähnt, jetzt wo ich älter werde, da denke ich schon mal an die Zeit, weil man als Jugendlicher alles mit seinen Kumpels angestellt hat, aber ohne wehmütig zu werden, jetzt und den Zeiten irgendwie nachzutauern. Sondern dann sitze ich irgendwo, da sitze ich auf der Terrasse und da geht man wieder durch den Kopf, weil ich so alles angestellt habe mit den Jungs. Und dann schmunzle ich so vor mich hin, aber ohne jetzt wehmütig zu sein. Also die Zeit ist vorbei. Kann man Kontos oder Häuser auch länger als ein Jahr mieten? Ja klar kann man, also bis zu drei Jahren. Bis zu drei Jahren sind Mietverträge legal. Alles was drüber ist, sollte man sehr vorsichtig sein. Oder man lässt sich immer, wie ich das gemacht habe, ich miete immer für ein Jahr an und lasse mir eine Option für ein weiteres Jahr einräumen. Wobei die Entscheidung dann bei mir liegt, ob ich verlängere oder nicht. Mich persönlich würde häufig Wohnungswechsel stören. Ich möchte... Na gut, ich bin nun mal ein Wanderfohl, also andere werden das höchstwahrscheinlich auch nicht so gerne machen. Und Miete bezahle ich grundsätzlich nur monatlich, nie im Voraus. Nur nicht nur Europa, ne. Also ich bestimmt nichts, Toni. Bist du mit dem, was du in deinem Leben getan hast zufrieden? Ja, doch. Ja, muss ich sagen. Ich habe natürlich einen sehr eigenwilligen Lebensziel, sagen wir mal so. Aber die Entscheidung nach Thailand zu jenen vor 24 Jahren war vollkommen richtig. Hier ist auch nicht alles Goldbachs-Lenz, auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall habe ich die 24 Jahre hier besser verbracht, meiner Meinung nach, als wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Na ja, Erfahrungen gesammelt, die ich sonst nie gemacht hätte, niemals in Deutschland gemacht hätte, gute Leute kennengelernt. Aber schlechtere Zeiten gehabt, aber durch die Banken, muss ich sagen, alles positiv, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Ich habe ein Karthai-Bad. Ich habe das, was ich da war. Ich habe das, was ich da mache. Ich habe das, was ich da gemacht habe. Ich will auch weg aus Deutschland, aber geht leider noch nicht. Viele wollen weg und kriegen das finanziell noch nicht auf die Reihe, müssen noch eine ganze Zeit lang arbeiten. Also ich kenne sehr viele Leute, die, auch meine Schwester zum Beispiel, meine Schwester und ihr Mann, die haben auch die Nase voll von Deutschland irgendwie und möchten auch einfach mal weg. Meine Schwester, die ist jetzt in Rente oder geht in Rente, Frührente und der Mann von ihr, der muss allerdings noch ein paar Jährchen arbeiten. Bleibst du auch in Thailand, wenn es gesundheitlich mal richtig schlecht wird? Ich denke ja, früher hatte ich eine andere Einstellung dazu und habe gesagt, wenn es gesundheitlich richtig schlecht geht, dann geht es nach Deutschland zurück. Und inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Also ich war die ganzen Jahre in Thailand, wenn ich hier irgendwie was Gravierendes bekommen sollte, naja, dann habe ich Bächel gehabt. Also ich bin da so ein bisschen oder sehr fatalistisch eingestellt, was kommt, das kommt. Und ich glaube nicht, dass ich nach Deutschland zurückgehe. Jedenfalls momentan würde ich sagen, ich gehe nicht nach Deutschland zurück. Damals habe ich gesagt, wenn was Gravierendes kommt, gehe ich nach Deutschland. Mindestens nach acht Jahren warten, dann wird die Rente zu gering sein. Also gehen nur die 800.000 auf der Bank. Ja, klar, warum nicht? Also man braucht nicht unbedingt große Gelder. Allerdings muss man natürlich auch sagen, acht Jahre in der heutigen Zeit ist eine lange Zeit. Und wer weiß, was sich in den Jahren verändert hat, ob die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind, steigend werden, weiß man nicht, kann man nicht voraussehen. Ändern die die Visa-Gesetze, was ja auch im Gespräch ist, seit langer Zeit im Gespräch ist, müssen wir alles abwarten. Eigensinnig, naja, sagen wir mal, sagen wir mal, eigensinnig nicht, einen eigenwilligen Lebensstil. Also ich schwimme ja so ein bisschen wie in Sämtchen Strom. Ich brauche nicht viel, weil was ich brauche, das ist mein Essen. Ich brauche irgendwie eine Hütte zum Schlafen. Aber ich bin sehr genügsam und damit kommen viele Leute nicht klar und denken und legen mir das als Geiz aus. Ich bin nicht geizig, also zwischen Geiz und Sparsamkeit, also ein himmelweiter Unterschied. Aber ich brauche auch nicht viel. Also ist nicht so, zum Beispiel, als wir da am Zentaurer waren, dann sagt der Abonnent hier, Speisekarte, die haben ja so Tabletts, wo du rumrödeln kannst da. Und ein Steak 1500 Watt muss ich nicht haben. Ich wäre auch persönlich, wenn ich jetzt die Entscheidung gehabt hätte, wäre ich nicht in Santara gegangen. Steffen, verzeih mir bitte, aber ich persönlich nicht. Santara hat super leckeres Essen, aber hat auch entsprechende Preise. Für mich persönlich brauche ich es halt nicht. Hauptsache, ich habe mein Motorrad, eine Unterkunft, die preiswert ist. Und für mich ist die Hütte hier in Ordnung. Und mehr brauche ich nicht. Grüß dich, Jogi. Oh, wir haben ja länger nicht mehr kontaktiert. Aber ich habe ja fast regelmäßig Kontakt mit deiner Frau. Sowohl in den Kommentaren, manchmal schreiben wir uns auch auf WhatsApp ein bisschen. Dich habe ich dann mal ein bisschen vernachlässigt. Ich dachte, du wolltest deine Ruhe haben. Alles klar, danke dir, Jogi. Ich schaue da später mal rein. Vielen herzlichen Dank. Ja, der Lajosch, der Lajosch, der ist so ähnlich gestrickt wie ich, muss man sagen. Lajosch und ich, wir haben eine Wellenlänge. Wir gehen auch meistens preiswert essen. Zum Beispiel haben wir Tankstelle da, die PTT-Tankstellen. Die haben einen sehr guten Foodgurt, billig, 30 Sekunden Spatt, Maximum. Und wenn es sich ergibt, dann fahren wir halt dahin. Wir waren aber auch schon besser essen. Zum Beispiel im Love Bread and Friends waren wir essen. Baguette, keine Ahnung. Bin es mal so mit 160 Watt pro Nase dabei? Oder wo waren wir denn noch? Mit dem Rüde waren wir mal essen beim Schweizer. Also kommt auch vor. Bin so faul zum Tippen. Ja, mich manchmal auch. Und ja. Nein, also, aber größtenteils, wie gesagt, es ist da hin. Und wenn ich jetzt aber Lust habe, zum Beispiel letzte Woche, ich glaube, da war ich dreimal europäisch essen. Also wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das auch. Und dann ist man auch 2,200 wird spacklos. Also es ist jetzt nicht, dass ich da bewusst vom Billigsten kaufe. So ist das nicht. Wie schaut es mit Frauen aus? Ja, ich meine, es ist jetzt generell im Teil. Und ich meine, es dürfte allgemein bekannt sein, dass die Damenwelt nicht abgeneigt ist, mit einem Verlangen sich einzulassen. Bei mir schaut es eher ruhig aus. Ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe momentan. Und bin auch nicht auf der Suche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genieße es auch momentan, dass ich machen kann, was ich will. Was machst du, wenn die erwähnten Visa-Bestimmungen sich extrem verschlechtern für dich? Muss man ein anderes Land suchen? Muss man ein anderes Land suchen? Kambodscha ist nach wie vor einfach. Man weiß auch nicht, was sich da tut im Laufe der Zeit. Aber ich denke, die Kambodschaner handhaben das mit dem Visa noch recht locker alles. Und sehr einfach. Vietnam geht, glaube ich, auch noch. Ja, wie gesagt, mit den Frauen, naja, jeder, wie er mag. Das klingt doch schlüssig und kann ein bisschen einwillig. Nee, aber manche, wie gesagt, die unterstellen mir gar nicht. Zum Beispiel jetzt, da habe ich mich auch sehr darüber geahnt, hat den Kommentar gelöscht. Da hat einer mich gefragt, nee, zuerst hat er geschrieben, hast du kein Zuhause, wenn du eins hast, dann fahr nach Hause. Immer die Hotels und so. Dann kam der nächste Kommentar, hast du kein Zuhause, du lebst auf andere Leute Kosten in den Hotels oder sowas. Meine Hotels bezahle ich grundsätzlich selber. Also sowas, das macht mich wirklich sauer, mir da so Sachen zu unterstellen. Ich würde auf andere Leute Kosten da durch Thailand reisen. Also was mit Sicherheit nicht der Fall ist. Die Touren finanzieren ich selber aus einer Tasche. Früher kamen bei YouTube nur einiges dabei rum, durch die Warbeeinnahmen. Seit dem 1. Januar kommt auch bei YouTube, die bezahlen wesentlich schlechter, weil sie sich höchstwahrscheinlich selber mehr Geld in die Tasche stecken. Davon hat überhaupt Sagen hier, ich weiß auch nicht. Vielleicht kriege ich dann nachher wieder irgendwie eine Rüge von denen. Aber so Sachen, die auch ja nicht wirken, wenn mir da unterstellt wird, ich würde auf andere Leute Kosten legen. Ja, Stefan, du sprichst es an, bei der Unterkunft auch bescheiden. Und wer die Touren verfolgt hat, ich habe immer Glück gehabt mit den Hotels zwischen 4 und 500 Watt oder unterkünziger Ressorts, wie auch immer. Ich glaube, einmal habe ich was mehr bezahlt, ich glaube 600 oder sowas. Aber ich habe dann auch keine Lust, wenn ich dann ziemlich fertig bin oder durchgefroren mir dann noch ein Hotel für 4 oder 500 Watt zu tun. Dann bezahle ich mal 600, 700 Watt oder passt. Für die momentane Wohnung hier zahle ich 5.000 Watt Miete plus Nebenkosten. Da kommen dann zu Wasser, Strom, Internet, so um die 7.000 Watt. In Deutschland würde man sagen Warmmiete. Grüß dich, Leon. Hast du Info über Myanmar? Nee, nicht großartig. Ab und zu gucke ich mal rein, was sich da tut. Aber man kommt ja auch momentan da so gut wie nicht rein. Wir haben ja auch innenpolitische Probleme. Du bist nicht verheiratet, warst du das denn mal? Nee, also ich war nie verheiratet. War nie verheiratet und habe auch keine Kinder. Längste Beziehung, die ich in Holland mal hatte, waren 11,5 Jahre. 11,5 Jahre in Holland. Ja, klar, alles im Lot, Jogi. Kein Problem. Grüß dich. Luxusvoll, mir ist nichts zu teuer. Na gut, jeder, wie er mag. Ich habe da kein Problem mit. Die meisten Leute, die ich kenne, die haben wesentlich mehr Geld als ich. Und ich habe da kein Problem mit. Man soll da tolerant sein. Jeder soll so leben können, wie er möchte. Und ich mache das ja auch. Hast du denn noch Kontakt zum Bernd Big Boy? Nee. Also da habe ich absolut keinen Kontakt mehr zu. Der ist hier in Hua Hin schon abgebrochen. Und nachdem er aus Hua Hin weggezogen ist, da ist ein Nachbarn frei. Oder er lebt ja auch teilweise scheinbar in Partei. Ja, denke ich mal. Ich mache immer einen Sieg am Reiter. Ist der überhaupt noch da, der Manni? Bei Manni weiß man nie. Der ist uns jetzt noch zufällig über den Weg gelaufen, der Manni. Hier in Hua Hin. Der wohnt ja eine ganze Ecke entfernt jetzt. Sonst früher wohnte er bei mir direkt um die Ecke. Oh. Manni, ich dachte, du wirst eingeschlafen. Hast du das Gefühl, der Tourismus nimmt zu? Und kann man ohne Maske und ohne Böse angeschaut werden, sich bewegen? Ja, ohne Maske kann man hier eigentlich rumlaufen. Hier in den Straßen und so, sagt einem Kerner was. Aber in dem Mall zum Beispiel im Korat und mit dem Norbert war ich in der Makro. Da laufen die alle mit Maske rum. Also habe ich mir das Ding dann auch übergezogen, um keine bösen Blicke zu ernten. Aber größtenteils kann man ohne Maske rumlaufen. Heute war ich auch beim Friseur, bin da auch ohne Maske rein. Und die liefen auch ohne Maske rum da. Es ist sehr unterschiedlich. Der Tourismus, ob der zunimmt, schwer zu beurteilen. Also hier in Hua Hin sehe ich eigentlich wenige Touristen. Man sieht das natürlich, weil die passen irgendwie, ja passen sie nicht so richtig da rein. Die sind ein bisschen orientierungslos, laufen teilweise mit dem Handy durchgehen und suchen irgendwie was. Aber hältst du Steuengrenzen. Ein paar Mädels habe ich hier gesehen. Also sind viele, viele allein reisende Mädchen unterwegs hier in Hua Hin, muss ich sagen. Die fallen natürlich eher auf, als wenn du jetzt ältere Volans hast. Wann geht es mal wieder zu Christian, die Felder bestellen. Christian müsste, habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube der ist Montag aus Deutschland zurückgekommen. Bin mir da allerdings nicht ganz sicher oder das jetzt kommenden Montag. Danke, ich möchte nach Myanmar. Das wäre wohl nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob man da so großartig auf Dauer jetzt leben kann. Ohne größere Schwierigkeiten ist also auf keinen Fall wie in Thailand. Die sind da noch ein bisschen im Aufbau begriffen mit allen. Bestimmte Gebiete in Myanmar darf man als Ausländer überhaupt nicht bereisen. Ich habe ein Hotel gefunden für 24 die Nacht mit Frühstück. Findest du es günstig? Muss ich mal, das sind, ja geht noch. Ist im normalen Bereich würde ich sagen. Knapp 1000, 1000 Euro, so was. Vier Sterne ist okay. Fast. Ich ziehe nirgends meine Maske an. Ja im Prinzip hast du recht. Es ist nicht verpflichtend. Ich habe so, ja irgendwo wollten sie, dass ich mich in so eine Liste eintrag oder diesen komischen QR-Code drauf lade. Den habe ich die ganze Zeit nicht drauf geladen, den Code und dann werde ich einen Teufel tun, den jetzt noch drauf laden. Mach ja so auf keinen Fall. Ich mag irgendwie wirklich von ganz nah treffen wir uns einmal ohne Hinterabsichten, aber zum Gedanken aus. Das können wir ja auch nochmal machen. Ich weiß nicht, bist du ein bisschen in Thailand oder kommst du nach Thailand, das können wir ja auch nochmal machen. Ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste im Leben. Das stimmt allerdings noch vor allem anderen. Ich habe mir sagen lassen, dass du das Geld in Säcke durch die jenen schläfst. Nee, also das mit Sicherheit nicht. Und auch selbst wenn ich mehr Geld hätte, ich würde kein sonderlich anderes Leben führen wollen. Ich bin so, wie ich bin. Aber wird da nicht wenig mehr Geld aussehen. Kannst du mir nicht vorstellen. Grüße in die Schweiz. Mach weiter so. Wird mich bemühen. Das stimmt, der Kerl ist so steinreich. Du musst es ja wissen, hast du doch heimisch in meinen Unterlager gewühlt hier. Fang aufs Höhe kontrolliert und ja, man weiß nicht, wo du alte Finger da dran hattest. Der Kerl ist stinkreich, ja. Naja. Ich weiß alles. Ja, ja. Junge, Junge, Junge. Warst du schon in Kambodscha? Angkor, wat? Ich wollte im November Khojang und damit soll ich mich mit Kambodscha verbinden. Ja, ich war, ich war in Kambodscha und war in Siemrib, aber Angkor, naja, ich muss das nicht unbedingt gesehen haben. Ich habe so Khmer-Tempel in Nang Rong gesehen, also Buriram, Pimai. Also Angkor ist besser erhalten, ist größer, aber Nang Rong, da Panom Rong heißt der Tempel, das hat man dann erreicht, hat man so einen Eindruck bekommen, wie die gelebt haben. Ich meine, das ist ja imposant, was die da zu der Zeit auf die Beine gestellt haben, aber Angkor, nö. Ja, wie ist dein Millionär? Ja, fast, die 800.000, die habe ich ja schon seit Jahren auf der Bank, weil ich sonst mein Visum auch nicht stemmen könnte. Na, der Siam-Reiter, der hat, der hat, der fährt Auto, der fährt Motorrad, der ist dauernd in Thailand unterwegs, also lebt in besten Hotels, man muss mal erwähnt werden. Darüberkopf, dass vor wenigen Schlafstätten mindestens eine warme Mahlzeit am Tag, dass keine soziale Armut entsteht oder mehrere gute Freunde. Genau, und so sehe ich das auch, also du hast das schon ziemlich kurz und prägnant beschrieben, mehr brauche ich eigentlich auch nicht, so passt das schon. Steinreich an Freizeit, ja, zum Beispiel, Freizeit ist auch eine sehr angenehme Sache, ich kann mir meine Tat selber einteilen, wenn ich keine Lust habe, dann bleibe ich zu Hause, bleibe den ganzen Tag im Bett liegen und lese meinetwegen ein interessantes Buch, außer da die drei Monate, wo ich da so ziemlich Hektik hatte, aber ansonsten, ja. Ja, der Manni lässt es krachen. Du bist wenigstens ehrlich, Manni, du bist wenigstens ehrlich, du stehst zu dem, was er macht, du bist ein Mann. Manni, habe ich gesagt, dass Kirby Säcke schlägt. Ja, ich schleppe Säcke und der Manni, der fährt jetzt mit der Schubkarne raus. Wie läuft der Motor was noch? Wenn, ja. Ne, ich meine sie jetzt, ne, momentan hört das natürlich nicht, aber ich habe auch immer meine Koffer sauber gemacht, meine Koffer sauber gemacht und, ja, die Maschine muss auch immer wieder geputzt werden. Hörbis, besserer Buchautor, Tantjemen ohne Ende. Hörbis, was sind meine Bücher auf, sind sie oder wie der Verlager ist, da gefunden. Ja, die sind, vor Jahren sind die immer ganz gut gelaufen, die Bücher, das hat sich aber jetzt alles so ein bisschen abgestumpft da. Auro Armut kotzt mich an, mich wollte man beim Sparmüll an die Straße stellen. Ja, Franky, du kommst immer mit Sachen an, da komme ich dann auch nicht ganz ab. Auro. Von was finanzierst du eigentlich dein Leben? Rente? Ne, ich habe keine Rente, das habe ich aber auch schon so oft erzählt. Ich habe ja noch einen Fonds, habe ich, und der wirft auch nicht mal genug ab, also bin ich gezwungen, jedes Jahr was davon zu verkaufen. Ich hatte früher Anleihen, Auslandsanleihen und auch Aktien, davon habe ich jahrelang, von denen habe ich jahrelang von den Dividenden und Ausschüttungen gelebt. Und da kommt ja seit Jahren nichts mehr rein, also muss ich momentan oder seit längerer Zeit, muss ich immer wieder von meinem Stammkapital verkaufen. Und so finanziere ich mich, also Rente ist nicht. Genau, Soni, also die Einstellung, die finde ich richtig, man braucht im wirklichen Leben brauchst du nicht viel, brauchst du nicht viel. Man glaubt, man müsste dies oder jenes haben, aber in welcher braucht man es nicht? Er hat eine reiche Oma, ja. Ich habe außer meiner Schwester und meinem Bruder, habe ich keine Verwandtschaft mehr, Manni. Keine Verwandtschaft mehr, ja. Vollkommen vereinsamt, in Thailand gestrandet, der arme Hörgi. Bemitleide mich jeden Tag selber, wenn ich morgens aufstehe. Ja. Willst du machen, ne? Muss du gucken zu. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich bin so, wie die ist, zufrieden, ich kann mir das leisten, was ich mir leisten möchte. Und da sind wir doch mal ehrlich, manche Sachen, das sind auch Frustkäufe, ne? Das habe ich auch eine Zeit lang gehabt, da habe ich Frustkäufe gehabt. Ich fühlte mich irgendwie nicht und dann habe ich allen Mist gekauft. Da mal ein T-Shirt, da mal dies, da mal jenes. Dann hat das ganze Zeugelchen einfach rumgeladen. Also ich überlege mir heute schon, braucht man das wirklich oder? Da ist da wieder so ein Frustkauf, wenn man mal wieder einen Durchhänger hat oder so, ne? Also so Sachen mache ich nicht mehr. Und da gibt es Leute, die sind so gefrustet, die kaufen sich da mal irgendwie ein neues Auto oder weiß ich nicht, obwohl sie eins nicht brauchen. Kommt alles vor. Fränkie wird gleich Brot backen, ja, muss man morgen auch noch so ein Brot holen. So hat man immer was zu tun. Brot kaufen, Rechnungen zahlen. Ja. Das sind so die Alltäglichkeiten. In Thailand ist also, wenn man hier permanent lebt, nicht alles Urlaub. Man hat ein normales Leben eigentlich. Hat eine tägliche Routine. Ein normales Alter werden sie. Du machst gerade Schweinebraten. Wenn ich jetzt auch Lust drauf oder sagst, wäre nicht schlecht. So, machen wir nochmal ein Schweinebrötchen, ja. Nächstes Buch von Herbie. Hunde wollt ihr ewig leben in Los. Naja. Neue Schaufeln kaufen. Ja, eigentlich weniger. Wir machen ja hier und da dann fast alles mit Hacke und so. So ein Stechdingern da. Also einen vernünftigen Spaten zu finden, wird hier Schwierigkeiten bereiten. Ich hoffe, den Chris Hopfendolle geht es bald wieder besser. Ja, da habe ich auch in letzter Zeit keine Meldung mehr bekommen. Es soll auch ein Weg der Besserung sein. So langsam, langsam. Ja, genau, Sony. Das ist nämlich der große Unterschied. Brauche ich es oder will ich es haben? Ich meine, es gibt Sachen, die will ich auch haben. Und dann überlege ich mir aber, naja, muss es sein oder muss es nicht sein? Oder ist es nützlich für dich? Und wenn ich es dann wirklich haben will, dann kaufe ich es immer auch. Also, da ist die Maus keinen Faden ab. Das mache ich dann auch. Aber jetzt zum Beispiel, will da so ein, so ein, ach, sag mal schnell, so ein USB-Airpump. Airpump. Ich habe Luftpumpe gekauft für das Motorrad. Falls ich mal irgendwo einen Platten habe oder so, was stehe ich da alleine. Und das Ding, das macht Sinn. Und brauche ich. Aber ich wollte es auch haben. Ich liebe deine entspannten YouTube-Videos. Ich hoffe, dass es den meisten von euch gefallen. Ich meine, so bei der Motorradtour, da kam mir auch so ein bisschen Kritik auf. Ich kann hier auch mit leben. Also mir wurde dann auch gesagt, ich hätte eh eine schlechte Laune, was nicht an dem war. Aber viel zu lachen hatte ich ja nicht bei dem Regenwetter. Also, das heißt aber nicht unbedingt, wer eine schlechte Laune hatte. Ja, was man beikauft, man gerne mal lieber aus dem Wollen heraus, also aus der Notwendigkeit. Ja, stimmt. Also, so kleine Zubehörteile. Das Berg ist im Prinzip perfekt. Das Anbauteil, ich kann nur eine Carbon-Tankdecke kaufen, sehe ich aber keinen Sinn drin. Außer, dass der Carbon ist. Aber das Ding kostet richtig Geld. Also, warum soll ich mal sowas kaufen? Verdienst du eigentlich gut mit deinen Fanartikeln und Spenden? Nee. Also, beides kann ich von allem. Mit den Fanartikeln schon gar nicht. Also, die T-Shirts, ich glaube, ich habe fünf T-Shirts in der gesamten Zeit verkauft. Also, die Fanartikel laufen gar nicht. Und ich habe einige, wenige Leute, die spenden. Spenden hört sich immer so negativ besetzt an. Sagen wir mal so, die unterstützen meinen Kanal und auch meine Touren. Aber ich denke mal, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, muss ich sagen. Aber ich denke, im Vergleich zu anderen Kanälen sind es relativ wenige. Freunde kann man nicht kaufen. Nein. Stimmt. Ich habe auch eigentlich in Thailand sehr, sehr wenige Freunde. Ich bin da ein bisschen vorgeschrieben geworden. Ich kenne viele Leute und treffe mich mit vielen Leuten. Und bei den Abonnenten, die ich getroffen habe, habe ich bisher immer Glück gehabt. Die waren alle durch die Bank. Die waren in Ordnung. Also, da waren keine, in Anführungszeichen, Trollspy oder so. Mit den Leuten, die immer gut gleichgekommen haben, nette Gespräche geführt. Aber wirkliche Freunde habe ich jetzt, sagen wir mal, ich würde sagen, so fünf, sechs Stück. Und das reicht mir. Also, ich bin nicht everybody's darling und sage zu allem Ja und Arm und schließe da schnell Freundschaften. Mein Massagefreund scheint es zu nicht zu sein. Oder nimmt man das nicht in Anspruch? Meine Zei oder Fußmassage, nicht sexuell zum Beispiel. Also, ich bin da kein großer Massagefreund. Und ich habe es hier in Hua Hin nach langer, langer Zeit noch mal probiert. Und im Korat, da hatte ich noch mal ziemliche Probleme mit der linken Schulter, wo ich jetzt wieder drauf gedonnert bin. Und da war ich beim Physiotherapeuten. Also, der hat mir wirklich geholfen. Der war gut, der Mann. Also, muss ich sagen. Aber er beinhaltet zwar auch ein bisschen Massage, aber auch andere Sachen, die er da praktiziert hat. Und ich musste eigene Übungen machen, aber wenn du nicht selber was machst, dann kriegen wir das Ding weg. Also, da warst du ja bereit, ein bisschen Sport zu treiben. Ein bisschen. Gut, dass du dir die USB-Luftpumpe geholt hast. Super praktisch. Ja, finde ich auch. Ich habe das Ding ausprobiert und habe mir dann auch die teurer genommen. Also, die habe ich mit 2.000 AH, 4.000 AH und 8.000 AH. Und da habe ich mal die bessere genommen. Macht Sinn, wenn da mal was ist. Danke, Kohl. Hock, deine bescheidene Art. Ja, ich bin, sagen wir mal so, ich bin kein Charmschläger und will mehr aus mir machen, als ich in Wirklichkeit bin. Ich bin eigentlich so, wie ich bin. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin eigentlich so, wie ich bin. Ja, wer ist das nicht? Nein, aber ich bin mir da auch nichts drauf ein, jetzt irgendwie YouTube zu machen. Manche, die tragen ja die Nase da ziemlich hoch, weil sie da ein paar Filmchen hochladen und so. Und nein, also da, mir macht das auch Spaß. Das ist eigentlich der Hauptantrieb. Und wenn es dann noch zusätzlich den Leuten gefällt, das ist natürlich Beweis, dass ich so ein bisschen was nicht ganz verkehrt gemacht haben kann. Ja, mach ich auf jeden Fall. Also weitermachen werde ich auf jeden Fall. Wenn jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Leerlauf drin ist, ich weiß es halt, wie gesagt, noch nicht, wie das nächste Woche klappt. Ob ich da nach Patschuab fahre. Und hier in Hua hin habe ich momentan nichts geplant, irgendwie was aufzunehmen. Mal sehen. Brauche ich jetzt was wirklich? Vieles, was wir nicht brauchen, macht uns ja auch nicht glücklich. Nein, ich sage ja, ich habe jetzt mal, nachdem ich alleine war, habe ich meine Schränke mal aufgemacht und habe geguckt. Und dann brauchte ich dies nicht, brauchte ich jenes nicht. Vieles davon habe ich verschenkt. Auch der, 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 der Tochter vom Kerl. Habe ja auch so Kleinigkeiten gegeben und so. Passt. Da hatte ich gesprochen, warum soll ich halt den Schränken, den Schränken liegen lassen? Ah ja, für den Algorithmus ist das natürlich gut, wenn man da mal einen Daumen nach oben fliegt und so. Ja, stimmt schon. Da habe ich meine Pumpe schon öfter gebraucht. Siehst du, der Siam-Reiter hat das Ding auch schon gebraucht. Und man kann auch zu Hause mal den Reifendruck kontrollieren. Allerdings sollen die, die Anzeige, die soll nicht so sehr genau sein. Muss man nochmal irgendwie so einen Druckluftprüfer kaufen, separaten. Danke mal, das war die Händchen- oder Lümmel-Mattage. Ja, Franky, du kommst immer mit Sprüchen an. Da ist mir in den Kommentaren schon sehr aufgefallen. Aber ist auch mal lustig, was da davon mir gibt. Jedenfalls mir gefallen deine Videos. Oh, danke Martin. Natürlich, wenn man so unterwegs ist. Ich habe mir auch schon mal überlegt, wenn ich dann nach Puket fahre, oder vielleicht die ganzen Südprovinzen mal mache. Ich meine, das hört sich jetzt natürlich schon wieder alles sehr vereinfacht an. Aber Süddeiland ist ja eigentlich relativ schmal. Man könnte da wirklich von Provinz zu Provinz springen. Also von Schumpon nach rechts oben und dann wieder zurück. Und sicher, da kommen natürlich schon viele Kilometer zusammen. Aber theoretisch wäre das machbar. Und da alles so ein bisschen aufnehmen. Ich hoffe, dass das Wetter dann besser wird. Mal sehen, ob wir es machen oder nicht. Also nur Puket, da ist man dann doch ein bisschen wenig. Das sind meine Videos. Es ist manchmal keinig, dass da bei den Kommentaren so viel Lob rüberkommt. Also ich persönlich halte meine Videos nicht für was Besonderes. Ich nehme ja eigentlich nur das auf, was ich selber mache. Das heißt Motorradfahren. Da laufe ich ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Und dann kommt noch ein blöder Spruch von mir. Und das war es ja eigentlich. Eigentlich. Naja. Irgendwie. Obwohl beim Lajos da, wenn die Kamera nicht läuft, da kommen ja noch beklopptere Sprüche. Wenn das zwischen uns dann richtig losgeht, wenn die Kamera aus ist. Das ist manchmal schon grenzwertig. Was im deutschen YouTube fehlt, ist Ratgeber für Motorbike unter 300cc in Thailand. Ja, mit den Ratgebern ist es immer so eine Sache. Ich finde, das ist irgendwie eine triste Sache. Ich habe ja mal so etwas gemacht. Was waren das denn für welche? Ist mir heute noch aufgefallen da, die Teils verlernen zu lachen oder so. Dann habe ich begründet, warum, weshalb das so ist. Aber auch nur, weil er mir persönlich aufgefallen war. Dann bin ich da durch die Jähne gelaufen. Ich denke, hier lacht ja keiner mehr. Hier lächelt keiner mehr. Und es ist alles irgendwie rückläufig und so. Und dann habe ich versucht, zu ergründen, warum das so ist. Habe bei den Teils so ein bisschen zugehört, was die so für Sorgen haben. Und aufgrund dessen ist das Video dann entstanden. So Sachen kann man natürlich mal machen. Aber jetzt, wie gesagt, Einreisebestimmungen und so, das ist einfach nicht mein Ding. Da fährt man am besten immer die entsprechende Stelle. Aber mit den Motorbugs könnte man auch mal machen. Ja, ja, der Lajosch. Ja, das ist ganz schlimmer, der Lajosch. Ist der überhaupt noch da? Lajosch, gib mal laut. Guck mal auf, schau. So, jetzt hier Rettorosch noch. Und dann machen wir langsam Schluss, weil muss man noch was zu essen machen. Gerade erst, ah, boah, ist gerade erst dazugekommen. Leute, hört auch mit dem Lob. Hörbe ist der Beste und so. Also der Beste bin ich mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, wir haben eben schon erwähnt, Englischsprache und teilweise die Amerikaner, die haben Sachen drauf. Also ich würde das gerne können. Schon allein von der Videostritttechnik, von der Kameraführung. Und wenn die mit ihrer Drohne zugange sind, das ist schon schön und gut gemacht. Ne, Lajosch hat sich verschlafen gelegt. Schön, dass du weitere Berichte schickst. Ja, ich habe ja auch meine Webseite Auswandern Thailand leben in der neuen Heimat. Die habe ich ja vom Netz genommen. Und meine, ich habe da nichts mehr geschrieben da. Und warum soll ich da den, wie heißt das jetzt, den Webspace bezahlen? Und die habe ich vom Netz genommen, wie gesagt. Und ich werde vielleicht mal auf Tippi oder so kleine Kommentare schreiben zu den Touren oder so oder ein paar Tipps hier immer. Ja, Ludwig, den Loop hätte ich ja ja nicht gemacht. Aber das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich glaube, der Loop, oder nicht, das vierte Mal, dass der Loop da irgendwie verschludert. Und der ist mir einfach nicht mehr gekönnt. Ich bin dann auch schon zwei oder dreimal so gefahren. Aber na ja, wird noch kommen. Ah, Lajosch ist noch da. Ich vermute, die Bi hat ihn wach gemacht. War sicher wohl auf der Couch eingeschlafen. Deine Videos gefallen mir auch deswegen, weil sie nicht hochgestochen sind und du ganz einfach einen Teil deines Lebens sind. Ja, dann zeigst. Ja, sicher, das stimmt natürlich auch. Weil es ist eigentlich, ja, ist Alltag. Mein Alltag, mein persönlicher Alltag war auf so einer Tour. Sicher, das stimmt schon. Was anderes könnte ich auch gar nicht machen da irgendwie. Nur so beim Videoschnitt. Ich habe mich natürlich verbessert. Wäre ja traurig, wenn das nicht so wäre. Aber da würde ich auch gerne ein bisschen mehr machen. Ja, wir haben den Lajosch war hier bekommen. Und vielmehr die Bi hat ihn wohl von der Couch runtergeschmissen. War es dann wichtig, ihn unter den Steffel zu stellen? Na ja, aber... Na ja, wie gesagt, nenne Bescheidenheit. Aber mir ist halt dann auch oft feinig. Ja, hier an einem Tag, ich war gerade von der Tour zurück, da laufen vier Leute über den Weg, die mich kannten. Und da weiß ich ja nicht teilweise drauf zu reagieren dann. Goran, BMW, Oberländer, das ist ein Absolut, das ist ein Zerspitzenkanal. Ja, das stimmt, der ist auch gut drauf. Das ist auch so ein Kanal, den kann man sich unbedingt angucken. Mit Rudi telefoniert. Sonntag noch, ich muss noch mal raus in die Sonne. 30 Grad muss man nutzen. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nee, hast nichts verpasst, Lajosch. Nichts verpasst. Sag bitte noch mal, wie lange du schon in Thailand lebst. 24 Jahre. 24 Jahre. Am 9. September werden sie noch 24 Jahre. Dann nächstes Jahr müsste ich dann eigentlich feiern. 25 Jahre. Kaffee ist fertig. Alles klar. Hoffentlich gibt es Kuchen dazu. Ausgeglichen auch, wie sie wird, das ist ein sehr guter Video. So, Tänzchen, Riechen und Warburg. Ja. Also wird von allen ein bisschen, ja, ist schon eine gewisse Linie drin, aber von allen ein bisschen unterschiedlich bewertet dann doch noch. Die Hütte fertig, ja. Kuchen, grüß ich Kuchen. Du treibst ja wohl auch in Deutschland rum. Warten ja in einer längeren Zeit noch mal einen kurzen Kontakt überleihen. Ja, ich muss noch arbeiten. Ja, Rasenmähen. Ich muss noch mal die Bungalows fertig sind. Die Küche ist fertig. Ich bin weg, mach's gut. Alles klar, Manni. Viel Spaß noch. Grüße zurück ins Wallis. Ja, ich weiß ja nicht, ob du, ob du in Thailand bist, Stefan. Wir können uns ja gerne gerne treffen, wenn du in Thailand bist. Das mache ich ja, das mache ich ja immer ganz gerne so. Mich irgendwie irgendwo treffen, Unterhaltung führen und so. Die sind da auch meistens lustig. Ist so in fünf bis sechs Jahren gepflanzt. Wenn das Haus mit Pool steht, bist du dann auch eingeladen. Noch da dann. Pajau. Oh, schöne Ecke Pajau. Da bin ich ja diesmal leider nicht hin. Ich war ja nicht weit weg davon. Von Pajau. Ja, ich werde auf jeden Fall dann gerne Bademeister sein, wenn die Bungalows stehen. Hast du die Außenküche schon ordentlich eingeweiht? Naja, aber da ist ja irgendwann mal eine Grillparty geplant. Ja, 25 Jahre werde ich dann feiern. 25 Jahre werde ich auf jeden Fall feiern. Eine neue Bauausricht. Oh Gott. Die von Pajau und die WI zusammen. Da kommt was bei raus. Dann haben die Bauarbeiter ja nichts mehr zu lernen. Ja, klasse. Wenn du in den Streamen... Ja, ich gucke da schön sicher. Das lasse ich dann weiterlaufen. Der muss verarbeitet werden. Und ich werde den online stellen dann. Ja, wo ist die Kau? Die Kau, die treibt sich in der Weltgeschichte rum. Und wir leben ja momentan getrennt. Aber das habe ich ja auch jetzt oft genug erwähnt, denke ich mal. Ja, ja. Ja, ja. Halt die Ohren steigen, bleib so wie du bist. War doch Schritt zu spät. Den Tag wäre toll, wenn man sich mal persönlich kennenlernen kann. Ja, wie gesagt, Leute. Wenn ihr in der Ecke von Hua Hin seid oder wenn ich unterwegs bin mit dem Motorrad, dann können wir uns ja nicht treffen. Das ist kein Thema. Ja, letzten Dienstag, das hat auch gerade so geklappt. Für die war das so vorletzt, nee, der letzte Tag in Hua Hin. Von da aus sind sie dann weiter nach Denko und sind dann nach Hause geflogen. Also das war auch knapp dann. Aber wenn es sich machen lässt, mache ich auch gerne. Kein Thema. Ja, alles okay bei dir, lange nichts mehr gehört von dir. Ja, der Cocoon, der macht sich immer wahr. Der ist ja auch nicht mehr in der Karibik. Der ist momentan zu Hause und macht da wohl wieder CDs mit irgendwem. Andere Töcher haben auch noch schöne Mütter. Ja, ja, da ist was anderes dran. Ich laufe mal jeden Tag über den Weg, aber ich lasse da vorbeilaufen. Momentan jedenfalls. Ich bin ein Mann und auch meine Frau kann gut organisieren. Können die Teilfahren eigentlich generell. Also so, wenn irgendwie war der Mann ist, dann kommen sie schon gut zurecht mit organisieren. Du bist immer deiner Art Teil geblieben, immer geradlinig und ehrlich. Ja, mir gefallen, wenn deine Videos auch so sehr. Ja, stimmt schon in gewisser Beziehung. Und nur die, wie ihr sagt, die ganz persönlichen Sachen, die möchte ich auch nicht mehr online stellen. So Beziehungssachen und so möchte ich nicht mehr machen. Ich finde, das wäre cool. Ja, dann machen wir dann beim Lajosch auch ein Gelände. Dann kann der Lajosch und TV am anderen Tag die Festtagswiese aufräumen. Da dürfte ja so einiges anfallen, ähnlich wie beim Oktoberfest. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Wenn Heidenspaß, wenn Heidenspaß. Du bist im Mitte Oktober, bin da in Partei. Mitte Oktober bin ich auf jeden Fall in Puket. Also Mitte Oktober bin ich in Puket. Weil habe ich auch versprochen, die kommen am 9. Oktober, kommen die auch noch in Puket und dann bin ich in Puket. Ich habe schon verpasst, der Nobby ist auch da. Ja klar, da ist Norbert. Hi, Nobby. Nobby hat seinen Account geändert irgendwie. Alle sind eine Folge der Organisation. Da müsst ihr ja uns an ihren Namen nach dem Fest. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Post-Update. Ach klar, die Nobby ist auch da. Ja. Alle wieder zahlreich vertreten. Auch einige, die bei Twitch waren, die sind jetzt wieder hier auf dem Kanal gelandet. Wir leben frei und leben normalerweise in Afrika. Oh, Afrika. Die Rita, die hat auch, ich glaube, 22 Jahre in Namibia gelebt. Die beiden, die haben, also Axel und Rita, die haben schon ein sehr interessantes Leben geführt, muss ich sagen. Wie, da will niemand. Ja, lass mich mal mit der Wie reden. Lass mich mal mit der Wie reden. Da kriege ich schon irgendwie die Deichsel. Da kriege ich schon irgendwie hin. Im 25. Sollte die ein schönes Fest machen. Ich selbst war erst mal vor 21 Jahren in Thailand. Nächster längere Aufenthalte oder Auswahl kommt näher. Ja, es sind immer mehr Leute, die auswandern wollen. Also, die Thailand kennen und dann auch irgendwann mal wieder nach Thailand urlaubsmäßig zum Auswandern direkt. Die O-Bahn hier, ja, habe ich je immer erwähnt. Die gehört nicht mehr, die gehört nicht mehr zu meinem Freundeskreis, die O-Bahn hier. Die intrigiert hier. Ja. Im Glück, dass ich den Klarnamen nicht erwähne. Der Einreise- bzw. Einreisegrund findet man schwer, hartert in Thailand und kein Ende. Ja, ich glaube nicht, dass er da einen Freifahrtschein bekommt, Leute. Soweit habe ich dann doch noch nicht gebraucht. Ich bin süßig angekommen, jetzt kann ich ja auch arbeiten in Thailand. Ich war also circa 40 Mal in Thailand. Ja, da sind einige, die kriegen da schon einiges zusammen. Ich finde das völlig okay im Nachvollziehen, weil da sind Dinge zunehmend gehört. Ja, stimmt, also man, weil das dann auch, dann kommen dann doch sehr persönliche Fragen und so. Und das möchte ich in Zukunft, möchte ich das da ein bisschen unterbinden da. Und ja, deswegen spreche ich so Sachen auch von mir aus auch gar nicht an. Aber das mit der Kai, das habe ich ja auch alles so unter den Tisch gekehrt, bis dann die Fragen im Chat oder in Kommentaren auftauchen. Und habe aber da auch immer versucht, den Ball flach zu halten, weil ich möchte mich da irgendwie nicht so äußern. Das ist schon sehr wichtig. Oder kennen wir das ein bisschen. Ja, sehe ich auch so, Stefan. Also gewisse Sachen, die sollte man doch, ja, unter Verschluss halten. Ich meine, ich bin ja sonst ziemlich offen auch so, was meine Krankheiten betrifft. Und wenn ich im Krankenhaus war und Diagnose und so weiter, da hat auch von mir persönlich, für mich persönlich solche Sachen, die sind kein Problem, aber so Beziehungssachen und auch was Freundschaften oder so betrifft, dann auch nur in Absprache mit den Leuten. Auf persönliche Fragen nicht eingehen. Naja, es kommt darauf an, in welcher Form die Fragen gestellt werden nach denen. Ich habe da eigentlich keine große Probleme mit, solange die nicht wirklich unter die Gürtellinie gehen. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr, sehr großzügig. Ich bin auch eigentlich sehr großzügig, weil ich an Kommentaren stehen lasse. Andere, die sehen sich die kommenden Jahre ja vorher an und entscheiden, ob die den Kommentar stehen lassen oder nicht. Also das mache ich nicht. Bei mir werden alle Kommentare veröffentlicht. Und ich entscheide dann, ob ich die zulasse oder mein Co-Moderator, der löscht die. Aber kommt doch relativ selten vor. Magst du mir mal eine Freundschaftsanfrage senden? Das ist höchstwahrscheinlich auf Facebook. Und da weiß ich doch nicht wie je. Du kannst mir ja eine schicken, dann würde ich die bestätigen, Stefan. Also hier glaube ich ja nicht, dass man Freundschaftsanfragen machen kann, bei YouTube oder so. Genau, darum würde ich alles lieber direkt besprechen. Also ich bin auf jeden Fall bei Facebook, da kann man ja, oder Messenger bin ich auch. Also kann man auch mich privat erreichen. Kann ein bisschen dauern, weil da doch sehr viel kommt. Weil ich habe ja auch WhatsApp und Line und weiter alles gibt. Und dann muss ich mich da erstmal immer durchwühlen. Ich habe lange dann da näher im Zusammenhang gelegen, aber bin dann nach Deutschland hervorgehoben. Und wenn ich bewusst hätte, ich wäre am Abend in die Serie geht, die gehören. Du bist groß und nimmst kein Blatt von dem Mund, aber es gibt Grenzen. Ja, genau. Und eine Zeit lang hatte ich auch ziemlich viele Tollster, aber die haben inzwischen begriffen, dass da bei mir noch falsche Kanäle ist. Also die Community, die ist vollkommen in Ordnung, muss ich mal ganz klar sagen. Also es sind wenige Leute, die da irgendwelchen Unsinn schreiben oder so. Und ja, ich versuche nach wie vor auch jeden Kommentar in irgendeiner Form zu beantworten. Obwohl, das wird langsam auch ziemlich viel. Da sitze ich manchmal zwei, drei Stunden noch dran. Manchmal mache ich die Hälfte und dann anderen das nochmal. Aber ich versuche es nach wie vor. Oh, Cocoon wird heute aktiv und schreibt gleich zweimal offline. Ist schon erledigt, Hörbe und du, seid schon befreundet. Also, was medizinische Fragen haben wir, dann kann mir mein Bruder kompetent beraten. Ja, das ist natürlich gut, wenn man da ein Wissen in der Familie hat. Alle Achtung, was du machst. Monatliche Kosten. Ja, ich habe da eben schon mal gesagt, also alles in allem gebe ich so ungefähr 800 Euro aus. Mal mehr, mal weniger. Ja, das kann man, ich kann auch nicht so genau sagen, weil ich führe kein Haushaltsbuch oder schreibe man das in irgendeiner Form aus. Ich könnte das Ende des Jahres immer kontrollieren. Das würde ich ja mit meinen Abbuchungen, wenn ich die bei der Bank für die Abbuchungen zusammen addieren würde, dann wüsste ich ja, was ich im Jahr ausgeben hätte. Und dadurch zwölf ergibt dann meinen monatlichen Durchschnitt. Kannst du noch deinen längeren Turnen mal ein Fazit geben über Strukturen? Also die Maschine 100% in Ordnung. Ich habe da keine Probleme mit, die habe bisher auch nur Verschleißteile. Die Kette, die war fällig nach 22.000. Die Honda-Ketten, die sollen nicht besonders gut sein. Hat man da leider aber noch eine Honda drauf machen lassen müssen, weil eine bessere Kette war so schnell nicht lieferbar. Beim nächsten Mal kommt eine andere drauf und die hat dann auch eine längere Lebensdauer. Und ja, Service haben sie gemacht. Und danach ist die Kiste wieder top in Ordnung. Aber auch alles nur Kleinigkeiten. Ölwechsel, Ventile einstellen und, 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 und. Alles, was so gemacht werden muss. Aber keine gravierenden Sachen. Ja, hast du recht. Ich mache auch direkt Schluss, Stefan. Wie lange sind wir jetzt online? Oh, wir sind auch schon mal noch zweieinhalb Stunden. Was interessieren die Kosten? Naja, viele wollen ja nach Thailand. Da kursieren ja auch Sachen. Man braucht ja unbedingt 2.000 Euro und so weiter. Also man braucht das nicht unbedingt 2.000 Euro. Lecki, oh, Pizza, Pizza George war ein super Tipp. Ja, der, der ist gut. Der ist auch gut drauf. Schade. Ich hätte das vielleicht dann doch irgendwie übersetzen sollen, was der gute Mann gesagt hat. Weil einige sind der englischen Sprache nicht so mächtig. Schade. Aber, naja, zu spät. Und die Frau von ihm ist ja ganz lustig. Oh, wie weit ist Scham von Bataya entfernt? Müssen wir den Leiberschlag fahren? Weiß ich jetzt nicht. Ich kann da sagen, Scham ist ca. 30 Kilometer von Hua Hin entfernt, aber Bataya weiß ich jetzt nicht. Die Mutter ist noch auf Madeira. Achso, war eine Frage. Ne, das habe ich noch gar nicht auf ein Hörtchen gestellt, aber ich muss mich ja jetzt selber versorgen, ich arme Socke. Und, ja. Materielle fahren sind meist unnütz. Ja, gut, ich kann die Leute schon verstehen, was dann da so ein alter Knacker so in Monaten auch verbraucht. Kann ich schon verstehen. Ich meine, wenn ich auf so einer Tour bin, dann komme ich mit dem Geld natürlich nicht hin. Das ist ein ganz klarer Fall. Also da wird dann doch schon einiges mehr. 350 Kilometer. Ja, das ist so ähnlich wie damals von Nang Rung-Nah-Partei. Das waren auch so 350 Kilometer. Kokun wird mal eine Tau heiraten. Du wolltest doch keine feste Beziehung mehr eingehen, Jürgen. Ja, mich darfst du bei Beziehungen nicht fragen, Kokun. Ja, lass mal so an. Wie gesagt, die Regenzeit, glaube ich aus, im Vergleich zu den Jahren, fach vor. Also es ist ziemlich viel Regen runtergekommen, obwohl einige Sachen, die Regenzeit im vorigen Jahr, war schlimmer, weil da auch teilweise ganze Landstriche geflutet waren. Obwohl, auf dem Bad, habe ich ja teilweise gesehen, da haben ja auch die Straßen unter Wasser gestanden. Zweimal habe ich ja, glaube ich, aufgenommen. Und da sah man aber wenigstens schade für. Das spitzen da noch an, super Typ. Ne, die Regenzeit ist noch nicht zu Ende. Das stimmt allerdings. Und lassen wir uns mal überraschen. Dann steckt nicht drin. In Thailand wurde die... Wurde die denn schon geboren. Ne, vor dem Kokun, da müssen die Frauen auch noch gebacken werden. Das ist auch so ein Wanderfohl. Na ja, wer von den thailändischen Frauen natürlich erwartet, dass man die Familie bis zu einem gewissen Grad unterstützt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht, sich darauf einlässt und in welchem Ausmaß er sich darauf einlässt. Also da kommen natürlich auch manchmal Forderungen, die sind jenseits von Juden böse. Ja, bei euch kann der Regen gebrauchen und wir können ein bisschen mehr Sonnen gebrauchen. Jedenfalls bei uns in der Region. So Leute, ich mache mal Schluss. Ich bekomme Hunger. Und ich bedanke mich für eure zahlreiche Unterscheiden. Das war mal wieder lustig, Leute. Die Kinder müssen immer die Eltern unterstützen. Das stimmt auf jeden Fall. Unter den Thailandern, ich sage es nur mal so, wird allerdings auch immer weniger, muss man aussahen. Butterfly rufen die mich überall. Ja, Leute, ich habe wirklich mal Schluss. Sind wir mit dem Ruderboot in die Werkstatt? Ja, das stimmt. Im vorigen Jahr sind viele mit dem Ruderboot unterwegs gewesen oder sind auf Baumstämmen oder waren auf Autoschleichen unterwegs. Ich fragte der Bau, wartet auf mich. Nee, habe ich heute nicht da. Ja, ich werde mal irgendwie in eine Pfanne hauen und das war das dann. Ja, Leute, ich bedanke mich, wie gesagt, für euer zahlreiches Erscheinen. Mal gucken, ob man in den nächsten Stream kommt. Also regelmäßig könnt ihr das von mir nicht erwarten. Aber so sporadisch vielleicht einmal im Monat und so. Anfasst dafür doch. Nochmals vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Und bis zum nächsten Mal. Und bleibt mir videomäßig treu. Und ja, bis dann. Und schön zusammen. Ja, euch auch noch einen schönen Abend, ne. Vielen Dank.